Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über die Bestätigung eines Control-Sequels, Vorwürfe gegen die Disco Elysium-Devs und unsere Eindrücke zu God of War, Ragnarok, Pentiment und Sonic Frontiers. Das alles und mehr jetzt bei Folge 397 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hallo! Und wir haben so einen richtigen November-Podcast für euch, im Sinne von, dass da die klassische Videospiel-Veröffentlichungswelle anfängt. Wobei ich das Gefühl hatte, dass das die letzten Jahre sich nicht ganz so ähnlich angefühlt hat, aber früher war es auf jeden Fall so. November war immer, alle großen Spiele kommen auf einmal. Ich dachte, du sagst jetzt, wir sitzen hier in Jacken eingehüllt mit einer kaputten Heizung. Das ist für mich der typische November-Podcast. Die Heizung ist noch nicht kaputt. Äh, nee, aber das ist unsere typische Winter-Erfahrung in diesem Studio. Das stimmt, ja. Wir hatten schon oft eine kaputte Heizung. Aber nein, in diesem Falle funktioniert sie glücklicherweise. Es ist ein so richtig, ein verloren geglaubtes, traditionelles Videospieljahr wieder. Wir haben es immer noch, also was sich ja komplett eingebürgert hat und ja auch anhand der aktuellen Release-Zeiträume so zu bleiben scheint, ist, dass es mit dem Februar, März noch eine zweite Weihnachtszeit gibt. Aber ansonsten war es wirklich komplett still seitdem eigentlich. Und jetzt, ich würde sagen, seit zwei, drei Wochen schon, aber jetzt so richtig kommen so die ganzen richtigen großen Hype-Titel raus. Darüber reden, das meinen wir auch gerade, wir meinen die großen Triple-A-Blockbuster-Spiele. Natürlich kommen das ganze Jahr über Spiele raus, Indie-Titel und auch interessante und gute Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass es nichts zu spielen gab. Wir haben ja auch viel geredet in den letzten Jahren, wollte ich schon sagen. Das auch, aber in den letzten Wochen. Wir haben viel geredet in den letzten Jahren. Das ist ein objektiv wichtiger Fakt. Das ist auch korrekt, ja. Bevor wir loslegen mit den News der Woche, würde ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es jetzt wieder einen Feedback-Podcast-Artikel gibt auf der Website und auf Patreon und Steady. Denn Leute ab 10 Euro, die im Feedback-Supporter-Innen-Tier sind, können dort ihre Fragen, Kommentare, ihr Feedback, ihre Vorschläge posten und die kommen dann garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran, den wir dann in den kommenden Wochen aufnehmen werden. Also wenn ihr 10 Euro-SupporterInnen seid, dann hier an der Stelle der Reminder, dass ihr da auf Patreon und Steady mal den Post abchecken könnt und da eure Fragen posten können. Alle anderen können aber auch Fragen posten unter der letzten regulär veröffentlichten Feedback-Podcast-Folge in den YouTube-Kommentaren oder so und eure Fragen kommen dann eventuell auch mit rein. So, jetzt können wir loslegen. Robin, wir haben nämlich, wir haben, wir haben doch keine Zeit, so viele Themen, keine Zeit. Control 2. Oh. Control 2. Wir fangen direkt an mit guten News. Die anderen bei den News sind nämlich nicht gut. Das ist dafür eine sehr, sehr gute News. Das ist eine sehr gute News. 505 Games und Remedy haben angekündigt, dass sie gemeinsam am zweiten Control arbeiten, das sich momentan in der Konzeptphase befindet, demnach also auch noch in eher fernerer Zukunft auf uns zukommen wird. Dass es ein Budget hat von 50 Millionen Euro, dass Remedy die IP-Rechte behält an Control in dieser Abmachung, dass aber die Investments und Erträge gleichermaßen aufgeteilt sind zwischen diesen beiden Parteien. Remedy werden die PC-Version publishen. 505 Games kümmern sich um die Konsolen-Version. Da sind die Plattformen auch schon bestätigt, nämlich PlayStation 5 und Xbox Series S und X, wie erwartet. Es nutzt die Northlight-Engine von Remedy und das ist bisher alles, was wir über dieses Projekt wissen. Control erschien 2019 ursprünglich und verkaufte sich, das haben sie auch noch mal extra gepostet in dieser Ankündigung, über drei Millionen Mal, was für 505 Games, die ja damals schon mit dran beteiligt waren, auch ein großer Erfolg war. Also eine komplett neue Franchise, eine neue IP, die sich drei Millionen Mal verkauft, das ist schon sehr, sehr krass. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und sehr cool. Es ist eine goldene Remedy-Zeit, wenn ich mir überlege, dass sie ja, Alienwag 2 würde dann ja, denke ich mal, vorher erscheinen und wir sehen, sehr weiter sein als eine Konzeptphase. Und dass wir dann mit Alienwag 2 und Control 2 und den Max Payne Remakes, weird, so viel Tolles oder Aufregendes zumindest von Remedy in naher Zukunft oder in weiterer Zukunft, ja, auf uns drauf freuen können, das finde ich absolut großartig. Es freut mich auch für 505 Games, also ich weiß nicht über die, vielleicht ist das eine doofe Firma, keine Ahnung, aber einfach zu sehen, dass ein kleiner Publisher oder ein kleiner Rare Publisher mit einem solchen Hit halt was landen kann und da das Vertrauen halt in diese Firma gesetzt hat, auch nach der Enttäuschung der finanziellen und kritischen, die Quantum Break war für Remedy, dann halt zu sagen, hier, wir geben da den Support oder beziehungsweise wir unterstützen das halt in der Form. Ich finde, das ist komplett eine schöne Geschichte. Aber was würdest du dir denn wünschen von einem Control nachvollziehen? Also wie sähe der aus? Wäre das eine Story-Fortsetzung? Wäre das irgendwie, okay, wir sind jetzt in einer anderen Abteilung vom Büro, wir spielen jemand anderen. Was genau machst du mit dem Zieg? Ich finde, also ich hätte gar nichts gegen den neuen Protagonisten. Das liegt ja vor allem daran, dass ich einfach die Protagonistin es vor ersten Teil jetzt nicht so spannend finde. Ich fand, das war einer der schwächeren Parts, ohne dass sie jetzt schwach oder doof war. Aber diese ganze Geschichte ist so einzigartig und toll und groß, dass so dieser sehr simple Hauptcharakter mich jetzt nie so richtig gecaptured hat. Aus der Perspektive hätte ich gar nichts gegen einen neuen Charakter, um ganz ehrlich zu sein. Aber das ist ja das Schöne an Control, du kannst ja alles machen. Also du kannst wirklich alles machen. Du kannst sagen, hier, du bist im Außeneinsatz für dieses Büro und kannst überall auf der Welt oder den Multiversen oder sonst irgendwo sein. Oder du sagst halt, du bist im Büro wieder, aber da ist halt eine eigene Welt und ein eigenes Multiversum. Also diese Welt gibt dir unendliches Material quasi. Du könntest damit 20 Seasons einfach von irgendeiner Serie machen, wo es jede Woche ein neues Monster gibt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz aufregend. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Da sich ja jetzt Control 2 und Alan Wake 2 gleichzeitig in Entwicklung befinden. Glaubst du, da wird es irgendwelche Parallelen geben, wenn man das eine spielt und dann das andere spielt? Also Minimum sind doch Anspielungen, oder? Also ich glaube, Anspielungen wären, ist das Minimum, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur das ist, weil die sind ja wirklich all in gegangen mit dem Control DLC, der einfachen Alan Wake DLC auch gleichzeitig und die Geschichte ist weitererzählt, der Alan Wake Spiele oder des Alan Wake Spiels. Das fände ich jetzt ein bisschen, fast sogar ein bisschen enttäuschend, wenn sie dann größtenteils ziemlich komplett einzigartig laufen, weil du kannst ja auch einfach sagen, Alan Wake 2 kann ja dadurch auch eine Control-Geschichte sein. Und die Charaktere aus Control könnten in Alan Wake vorkommen. Es würde sogar mit dem Hintergrund des DLCs von Control durchaus Sinne geben, dass du irgendwie dann den Hauptcharakter aus Control hast, der auch mithilft oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist halt diese einzigartige tolle Möglichkeit, weil du dafür nicht die Spiele angleichen musst und sagen musst irgendwie, ja, das ist jetzt alles das Marvel-Universum und das sieht alles gleich aus und klingt alles gleich, sondern du hast da dieses tolle Setup, wo du alles trotzdem wild machen kannst und das ergibt weiter Sinn und das passt auch. Deswegen, ich glaube, dass sie da durchaus ein bisschen mehr machen könnten. Ich hatte immer sehr viel Freude an diesem, das ist ein großes Universum-Ding von Remedy und hab immer darauf gewartet, dass sie da ein bisschen mehr draus machen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie das mit Alan Wake 2 und Control 2 dann auch tun. Trotzdem eigenständige Geschichten erzählen, aber gerne auch Charaktere aus jeweils anderen Serien haben. Genau. Finde ich auch. Kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ich freue mich da sehr, dass wir in dieser Remedy-Hochzeit leben, dass die alles eigentlich gerade, es klingt zumindest so, als ob sie gerade alles machen können, was sie auch machen wollen. Ja. Nach Quantum Break gerade. Ich wollte gerade fragen, wann kriegen wir Quantum Break 2? Ich glaube, ich habe das nicht, dass wir das wollen, sie jetzt. Sie haben nicht oft über Quantum Break gesprochen, seit Quantum Break. Und da würde ich mir aber auch da, das wäre eine tolle Anstellung. Ich fände einfach, toll, wenn das aufgelöst wird. Das endet sich mit einem Cliffhanger, ähm, Quantum Break. Und auch da, Control würde sich perfekt eignen, um in irgendeiner Sidequest ... So eine kleine Pocket-Dimension hier ist jetzt mal ... Genau. Mach eine Sidequest, die für sich cool ist, aber wenn Quantum Break gespielt hat, bekommt er die Auflösung der Geschichte. Das wäre lustig, ja. Das würde mich richtig freuen. Das geht eigentlich. Ich frage mich dann, wie dort die ... Die rechte, ne? Die rechte Situation aussieht mit Microsoft und so, aber keine Ahnung. Nun gut, kommen wir jetzt zu den etwas deprimierenden News, die auch ein bisschen komplexer sind und denen wir wahrscheinlich nicht komplett gerecht werden in der kurzen Zeit, die wir hier drüber reden werden. Aber sie sind auf jeden Fall erwähnenswert. Wir haben neulich über Disco Elysium geredet und über Saum, den Entwickler von Disco Elysium. Da ging es darum, dass die Cultural Association, so eine Zusammenkunft, die auch Saum hieß, dass die aufgelöst wurde, aber das Entwicklerstudio noch weiterhin besteht, dass dort aber drei der Schlüsselpersönlichkeiten entlassen wurden und schon eine Weile nicht mehr bei dem Studio arbeiten. So, diese drei Schlüsselpersönlichkeiten waren Robert Kovitz, der Autor und Designer vom Spiel, Autorin Helen Hinpeer und Art Director Alexander Rostow. Die wurden dort entlassen. Und ich würde nur noch mal betonen, also Robert Kovitz vor allen Dingen, er ist halt, er ist ja auch der Autor des Buches, ne, auf dem das basiert. Also ich glaube, Robert Kovitz ist der Kopf hinter diesem ganzen Universum. Genau, ja, ja. Also ohne ihn gäbe es das alles nicht. Ich weiß nicht mehr hundert Prozent, ob es, aber doch, der war auch, glaube ich, der Autor des Buches. So, und jetzt gibt es aber Neuigkeiten dazu. In der Zwischenzeit sind schon Sachen passiert, über die wir gar nicht berichtet haben. Noch mal extra zum Beispiel hat Robert Kovitz über seine Firma Telomere, bei der er im Board sitzt, eine Klage gegenüber Saum eingereicht, um Informationen zu erhalten und bestimmte Dokumente einzusehen. Viel mehr ist da aber nicht öffentlich gewesen über den Inhalt dieser Klage zu dem Zeitpunkt. Aber dass da auf jeden Fall gerichtlich gerade Vorgänge gestartet wurden. Und jetzt gab es einen Artikel auf GamesIndustry.biz, wo die sich teilweise auch auf eigene Quellen berufen, wo es aber auch einfach eine, ja, eine große Antwort quasi ist von Saum, dem Entwicklerstudio, von dem die Leute entlassen wurden, das sich gemeldet hat und die Gründe ein bisschen haben verlauten lassen, warum diese Leute entlassen wurden. Und da werden jetzt wiederum Vorwürfe von Fehlverhalten, von Diskriminierung, von einem toxischen Arbeitsplatz erhoben, die diese Entlassungen begründen sollen, dass dort Verantwortung nicht wahrgenommen wurden, dass dort versucht wurde, IP-Rechte illegal zu verkaufen. Und da wird es dann plötzlich sehr viel komplizierter noch einmal. Und da gab es Interviews vom aktuellen CEO von Saum, Ilmar Kompos, der im Interview zum Estonian Express diese Vorwürfe hat verlautbaren lassen unter anderem, dass dort Erniedrigungen stattgefunden haben gegenüber Kolleginnen unter anderem von Körwitz. Und dann eben dieser Diebstahlsvorwurf, der IP noch mal zu Sprache kam und dass Gesprächsversuche mit den Leuten fehlgeschlagen sind, weshalb es dann diese Entlassung gab. Games Industry hat jetzt eigene Quellen, die das, die diese Situation wohl teilweise bestätigen. Laut denen sei das keine Schwarz-Weiß-Situation, sondern Körwitz hat halt ein Verhalten an den Tag gelegt, das wirklich nicht in Ordnung war. Viele Leute haben es aber auch nicht angesprochen, weil sie ja Respekt vor ihm hatten und ohne ihn hätten sie auch ihren Job nicht gehabt. Dass es wohl ein Clash zweier Visionen gegeben habe, nämlich die eine kreative und die profitorientierte. Das Zitat von einer dieser Games Industry-Quellen war Also einerseits Firmen, die, wie würde man Scheming übersetzen, die halt so ihre Machenschaften vorziehen. Ja genau, die gegen die kreativen Köpfe arbeiten, um möglichst viel Macht und Geld aus einer Firma herauszuprobieren. Genau, aber dann auf der anderen Seite dieser toxische Auteur, der vielleicht sein Verhalten nicht im Check hat oder was auch immer. Was auch nicht überraschend ist, so wie er über sich selber ja spricht und wir wissen, dass er von sich selber behauptet, diverse Problemchen zu haben, das ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das schockiert mich zutiefst. Und Martin Luiger, der damals, also der auch Co-Gründer dieser Cultural Association war und der die Auflösung davon auch angekündigt hat, hat gesagt, dass er durch diese unnatürlichen Arbeitsbedingungen, die es dort gab, zum Alkohol getrieben wurde, dass die Arbeit wohl so organisiert gewesen sei, dass nicht Spiele das Ziel waren, sondern Streit zwischen den Beteiligten. Also irgendwie so hat das formuliert. Muss ich nochmal nachfragen, in früher oder jetzt mit den neuen? Jetzt bei der Spieleentwicklung wirklich. Achso, nee, früher. Früher, okay. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass er früher meint, weil jetzt, das gab es ja noch nicht so viel. Okay. So, und dann, ne, wir haben ja diese Klage schon erwähnt vorher. Jetzt gibt es aber noch ein neues Statement von Alexander Rostov und Robert Körwitz, die jetzt wiederum behaupten, dass ein Hauptanteil an Saum Studio, dem auch die Disco Elysium IP gehört, illegal akquiriert wurden damals. Und dass, nachdem die aktuellen Majority Stakeholder der Firma ihre Position hatten, sie danach von allen Vorgängen exkludiert wurden und da ganz viel nicht mehr mitbekommen haben und Dokumente nicht mehr einsehen konnten und dass da eben ganz viel im Argen liegt, was ja dann auch so ein bisschen erklärt, warum diese Klage momentan gerade läuft, wo sie diese Dokumente einsehen wollen, weil sie da wohl auch illegale Vorgänge vermuten. Ja. Wat'n Netz. Wirklich. Also, was da gerade abgeht, das ist schwer zu durchschauen. Es ist, alles kommt da zusammen, ja. Ich vermute übrigens, ich weiß nicht, also ich habe auch, ich bin mir da auch nicht sicher, ich vermute, dass er eher Robert Körwitz ausgesprochen wird, weil er ja aus Estland kommt. Ich mache immer diesen Englischen. Das Englische natürlich geht mir genauso. Ich habe jetzt zum ersten Mal darüber nachgedacht und wollte nur die Comments vorwegnehmen, damit sie sich darauf konzentrieren. Das ist, da hat man als Außenstehender gar keine Chance, wirklich was von Relevanz dazu zu sagen, außer, dass es super bitter ist. Außer Scheiße. Außer Scheiße, ja. Ich finde es da immer interessant, weil du hast halt mit jemandem wie Robert Körwitz und seinen anfänglich wenigen Mitarbeitern, das waren Leute, die auch länger miteinander gearbeitet haben und die dann halt dieses Team waren, um dieses Spiel zu schaffen. Und da ist ja, da sind ja toxische Verhaltensweisen erstmal irgendwie niemandes Problem, wenn halt irgendwie zwei, drei Kumpels miteinander arbeiten und die sind miteinander toxisch so und arbeiten so miteinander und leben damit, who cares, ne? Wenn das ist ja ... Da kann es ja auch schon sein, dass keiner mehr darunter leidet als der andere. Aber wenn es so auf Gegenseitigkeit beruht und alle sind irgendwie okay damit und ja, der ist halt so, dann ist es ja irgendwie egal. Aber sobald halt das Team dann wächst und wächst und dann hast du Außenstehende dazu und dann ist es plötzlich 50 Leute und dann müssen alle damit klarkommen, dass dieses Kernteam sich so verhält, dann ist es natürlich direkt wieder ein sehr, sehr anderes Problem, was aber natürlich nicht die Vorwürfe von Körwitz und Co. in irgendeiner Art und Weise automatisch, ja, ungültig werden lässt. Das, was da vorgeworfen wird, klingt sehr, 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 sehr schlimm. Und ich bin nicht in der Position, irgendwas über die Legalität dieser Vorwürfe zu sagen und ob da tatsächlich Illegales passiert ist. Aber das ist für mich auch völlig nebensächlich. Ob da jetzt wirklich ein Verbrechen passiert, ob da wirklich illegal, die rausgepusht wurden, ist für mich relativ egal. Viel interessanter und wichtiger für mich ist halt die moralische Frage. Also, weil selbst wenn sie legal rausgepusht wurden, aber das trotzdem passiert ist, halt um in irgendeiner Art und Weise sich zu bereichern oder um an mehr Rechte zu kommen und das ist dann legal, dann wird das dadurch für mich nicht gut begründet. Aber das ist halt unmöglich zu sagen, was davon jetzt passiert ist. Und da finde ich tatsächlich ziemlich gut, dass da ein Gesetzgeber einschreiten wird, um zumindest ansatzweise dort dafür zu sorgen, dass es da Klarheit gibt. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, wie in Estland die rechtliche Lage ist, ob man da in der Öffentlichkeit darüber informiert wird, wie weit da Dokumente an die Öffentlichkeit kommen oder ob das alles hinter verschlossenen Türen geschieht. Das weiß ich natürlich nicht. Es scheint so, als ob Robert Kurwitz und Co. ein großes Interesse daran haben, diese Dokumente auch öffentlich zu machen. Sie wollen halt die IP zurück. Also das ist ja die Motivation dahinter. Und das ist ja schon was Krasses. Die IP gehört ja momentan dem Studio. Und es ist ja nun mal, es basiert ja auf seinen Werken. Deswegen verstehe ich total, auch da die IP zurückhaben zu wollen. Aber wenn das tatsächlich stimmt und dieses toxische Verhalten Grund ist für diese Entlassung, dann ist das natürlich auch superkritisch. Weil vorher hast du ja gedacht, na ja, okay, das ist jetzt so ein typisches Ding von hier die Profitgeier, die den Kreativen rauspushen, weil der jetzt nicht unsere Franchise auf Netflix und alle anderen Plattformen bringen möchte oder so. Also das ist ja eine leichte Geschichte, die man dann vorher im Kopf hatte. Und jetzt kriegt diese noch mal so ein paar zusätzliche Ebenen. Und da fällt es mir momentan sehr schwer durchzublicken. Ich hoffe, dass wir da Klarheit bekommen. Ich hoffe es auch. Ich glaube es nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen mehr erfahren. Ich glaube halt, ich habe da vor allen Dingen die großen Bauchschmerzen halten, wie du sagst, mit den Rechten an dem eigenen Schaffenswerk. Weil jetzt mal ausgeklammert, dass da wirklich schlimme Sachen vorgefahren wird. Wirklich irgendwie sexuelle Belästigung tätig oder sonst irgendwas. Aber einfach, wenn jemand ... Danach klingt es momentan nicht. Danach klingt es nicht, genau. Okay, hier sind Erniedrigungen und so. Es wird zwar speziell erwähnt, auch dass er sich gegenüber Frauen sehr schlecht verhalten haben soll, aber jetzt wohl nicht in Richtung von großer Belästigung. Und ich glaube halt, das kann ... Also ein Arschloch zu sein, sollte kein Grund dafür sein, warum dein kreatives Schaffen dir weggenommen wird. Ich glaube, das ist so mein Gedanke, den ich da habe. Wenn das, dass ich alles wahr drauf stelle, und Robert Kovitz ist tatsächlich dieses Arschloch zu seinen Mitmenschen gewesenen und das quasi eine völlig verständliche und gute Entscheidung war, dass er diese Firma verlassen muss, dann ist das die eine Sache. Aber dass er dann quasi die Rechte an seinem eigenen Lebenswerk verliert, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja, wir können nur spekulieren momentan. Ich wünschte natürlich, dass die Situation ... Also generell, das ist super ... Wie schon am Anfang, das ist einfach nur scheiße, dass diese Situation bei diesem Spiel, über das wir uns alle so gefreut haben, passiert ist. Und natürlich möchte ich da gerne den Creatoren, den kreativen Köpfen dahinter auch Glauben schenken. Aber ich finde diese ... Gerade wenn dann Games Industry, also eine respektable Seite, noch sagt, okay, wir haben hier eigene Quellen, die noch mal bestätigen, dass da Sachen hinter den Kulissen passiert sind, die nicht in Ordnung waren, und dass das so zwei Seiten sind, die da im Klint schlagen, dass man dem auch zumindest erst mal ein Gehör schenkt und das nicht komplett sofort zur Seite schiebt und ignoriert oder so. Aber ein Urteil kann man sich ja trotzdem nicht wirklich erlauben momentan. Dafür sind die Informationen noch viel zu wenige. Aber die Informationen wollten wir euch zumindest schon mal weitergeben. Ich kann euch da auch sehr empfehlen, den GamesIndustry.biz-Artikel einmal zu lesen. Findet ihr, wenn ihr dort nach Discolysium sucht. Eventuell denke ich auch dran, den in der Beschreibung zu verlinken. So, Roman, direkt zum nächsten wunderbaren Thema. Nämlich Doom Eternal. Da gab es 2020, als dieses Spiel kam, Probleme mit dem Soundtrack. Es sollte einen offiziellen Soundtrack geben zu Doom Eternal, auf den sich Leute natürlich gefreut haben, weil Doom 2016 hatte einen hervorragenden Soundtrack und war ja sehr beliebt für generell seine ... Für alles, was es gemacht hat. Und bei Doom Eternal haben sich natürlich viele Leute drauf gefreut. Und dieser Soundtrack hatte dann von Doom Eternal ... Also die separate Veröffentlichung des Soundtracks hatte eine super niedrige Qualität. Da waren wirklich stümperhafte Fehler in der Audio-Mischung drin und so ein Kram. Also da lag wirklich einiges im Argen. Und damals hat dann der Studio-Director Marty Stratton einen offenen Brief auf Reddit veröffentlicht, am 5. Mai 2020, wo ein großer Teil der Schuld auf Komponist Mick Gordon geschoben wurde. Da wurde es dann auch ziemlich still drum, weil Mick Gordon damals noch nicht viel dazu gesagt hat. Und jetzt gab es einen Post auf Medium von Mick Gordon mit sehr vielen Details in Verteidigung dieser Sache. So vielen, dass man ... Also es ist wirklich ein mega langer Antikel. Es ist super ausführlich. Und das war so eine Sache von, okay, Anwaltsgespräche und dann darfst du öffentlich erst mal nichts mehr sagen, bis du alle Informationen hast. Und jetzt kommt alles auf einmal. Und jetzt bekommen wir diese Informationen mit zwei Jahren Verzögerung. So ähnlich könnte es mit Disco Elysium ja auch laufen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und da sind halt diverse Vorwürfe drin. Laut Mick Gordon hat Mike Stratton damals gelogen, hat zu Unrecht Gordon beschuldigt, habe sogar, nachdem diese ganzen Vorwürfe dort intern stattgefunden haben, hat ihm wohl sogar eine sechsstellige Summe angeboten, um die ganze Sache unter den Teppich zu kehren. Und damit er dann nicht mehr drüber redet, also auch vertraglich gebunden ist, darüber nicht mehr zu reden, was er nicht angenommen hat. Weil diese ganze Organisation und Produktion des Soundtracks wohl laut Mick Gordon sehr schlecht war einfach. Also die haben den Soundtrack angekündigt und schon Pre-Orders genommen mit Mick Gordons Involvement, bevor ein Vertrag mit ihm komplett abgeschlossen wurde. Es gab zwar schon Gespräche, aber es wurde noch kein Vertrag abgeschlossen. Und da er vorher schlechte Erfahrungen gemacht hat, wollte er auch erst daran arbeiten, nachdem ein Vertrag abgeschlossen wurde, weil er da vorher schon mal übers Auge hauen wurde. Aber man muss mal kurz dafür, da als Detail, es geht, wenn du sagst, Soundtrack geht's nicht um den Spiele-Soundtrack, der wird gemacht von ihm, sondern es geht um eine separat veröffentlichte CD, senden wir, sagen wir mal, die halt anders produziert wird, wo du nicht einfach nur die Soundfiles vom Spiel drauf haust, sondern es ist wie so ein eigenes Album, das basiert auf der Spielemusik. Und da spielte dann schlechte Kommunikation eine Rolle, wo einfach er bestimmte Sachen nicht erfahren hat, Meetings nicht angenommen wurden oder sonst irgendwas. Und dadurch kam es schon zu Verzögerungen. Und dann wurde er teilweise auch nicht bezahlt für alle Songs, die er dann abgeliefert, beziehungsweise die dann benutzt wurden von den Songs, die er produziert hat. Also auch da wurde außerhalb des Vertrages, sind da noch Zahlungen offen. Und es soll wohl auch kein Verständnis für die Arbeitsprozesse gegeben haben. Also er wirft quasi dem Stratton vor, da wenig Ahnung von dieser Arbeit zu haben und da Sachen durchgewunken zu haben, die man nicht hätte durchwinken sollen, weil ja noch jemand anders von intern produziert hat an diesem Soundtrack. Und das ist wirklich so eine ganze Liste von Problemen, die es da gegeben haben soll. Auch da verlinke ich euch mal den Medium-Artikel in der Beschreibung. Es ist auch super spannend zu lesen, weil du dir so denkst, okay, das ist ein sehr interner Einblick, den man jetzt nicht so oft bekommt. Und Mick Gordon schreibt den auch oft. Also er fängt halt direkt an mit, er redet hier über das Bethesda-Team, er redet über das id Software-Team und sowas, sagt aber direkt, okay, er hat jetzt mit den meisten Leuten da kein Problem. Und er möchte auch nicht, dass die Leute jetzt belästigt werden oder sowas, weil das ist damals halt andersrum passiert, wo Leute dann Mick Gordon total angegangen sind, weshalb er denn jetzt die Leute mit dem Soundtrack so verarscht. Weil sie ja auch spezifisch darauf geschickt wurden. Und da gibt es dann auch noch mal spezielle Vorwürfe gegen Stratton von Gordon an dieser Stelle. Aber ja, es ist sehr viel, Robin. Es ist sehr viel. Ja, und das Besondere ist halt, dass halt dieser, also ich glaube, das hat auch so lange gedauert, seit dem Reddit-Post von id, dass dieser Artikel alleine ein Jahr gedauert hat, um den so in dieser Form zu formatieren, zu schreiben und das alles einzufügen, weil er hat wirklich unglaublich viele Belege dabei. Genau. Mails, die er dort leicht zensiert hat, um einzelne Details dann nicht preiszugeben. Aber, oder Mail, oder Mailadress natürlich. Aber halt inhaltsmäßig hat er sich da sehr, sehr Mühe gegeben und sicherlich auch sein Team oder Anwalt oder was auch immer, mit wem er das geschrieben hat, da sehr ausführlich die Vorwürfe, die krass sind, die er tatsächlich auch zu belegen. Und es fällt sehr schwer, sich das komplett durchzulesen und dann bei einem anderen Schluss zu landen, außer, oh ja, dir wurde da Unrecht getan. Ähm, ich, ich habe in mir, ich will dann immer noch ein bisschen vorsichtig sein, so ein bisschen, weil es kann, du kannst ja auch, vielleicht hat, ne, du kannst ja auch auswählen, was für Belege du zeigst und andere Belege können wie was anderes belegen. Aber das ist wirklich nur eine kleine Glut irgendwie hinten, die, an diesem, weil so richtig möglich oder so richtig wahrscheinlich, dass da jetzt auch noch id und, äh, kommen kann und Mike Stratton kommen kann und sagen, aha, es war eigentlich so, da seh ich sehr wenig Spielraum noch für. In zwei Jahren der nächste Blogpost dann. Ja, genau, also ich persönlich wurde da schon sehr von überzeugt, von dem, was Mike Gordon da Ja. Und das ist ja auch, wie du schon sagst, dadurch, dass Belege dabei sind und so, sind ja auch viele Sachen drin, die, denke ich, denen ich auch glauben schenke und vielleicht gibt's dann Details, die vielleicht noch anders sind, als sie tatsächlich sind oder keine Ahnung wie, aber ich weiß, dass damals viele Leute gesagt haben, oh, hier ist irgendwas fishy. Ja, voll. Als dieser Reddit-Post kam und das hier gibt halt viel Aufklärung. Das füllt halt so viele Lücken, die dieser Post damals offengelassen hat, wo man dann sagt, ah, okay, deswegen. Und deswegen gab's da auch so wenig Meldungen von Gordons Seite und so ein Kram und, ähm, das ergibt dann schon Sinn. Das scheint irgendwie, also die, 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 die Gründe dahinter sind ein bisschen rätselhaft. Ähm, es scheint irgendwie, wie, dass da nicht, einfach nicht mehr mit Mick Gordon zusammengearbeitet werden wollte, aber trotzdem wurde noch, er noch mit beauftragt, das zu machen. Ja, ich. Das war so eine komische Sache. Es wirkt eigentlich so, als ob er, als ob sie einfach einen anderen Komponisten hätten beauftragen sollen, um das zu machen, weil offensichtlich kein Interesse an der Weiterarbeit bestand, außer irgendwelchen Gründen. Auf mich wirkt das wie ein, erst mal ein organisatorisches Versagen, aber dann auch ein Versagen auf der Management-Ebene, eben bei Leuten wie dem Stratton, der hier speziell dem Vorwurf sich gefallen lassen muss, also so eine komplett fehlende Wertschätzung für das, was ein Soundtrack ist und was für Arbeit da reinfließt. Ja. So wirkt das so. Es ist doch, ist halt ein Soundtrack. Ja, voll. Und dann koppeln wir das halt aus dem Spiel aus und veröffentlichen das jetzt so. Ja, ja. Was soll daran jetzt noch so teuer sein? So nach dem Motto, so klingt das ein bisschen. Voll. Und das fände ich schon arg krass. Es ist verrückt, gerade nach Doom 2016, wo der Soundtrack ja auch so offen und von so vielen Menschen als zentraler Punkt der Atmosphäre, diese Spiele aufgeführt wurde. Ja, wo es nicht einfach nur so ist, hat übrigens auch gute Musik. Exakt. Sondern die Musik ist eine Kernidentität. Genau, Kernidentität. Und dass man da dann kommt zum zweiten Teil und sagt, ja, dann müssen wir in diesem Jahr mal hier keine Mühe mehr geben. Und offensichtlich hat sich ja Mick Gordon trotzdem Mühe gegeben, weil der Soundtrack ist immer noch richtig klasse. Das ist sehr rätselhaft. Es ist wirklich sehr rätselhaft. Na gut. Das soll es dazu gewesen sein. Falls ihr übrigens, habe ich gestern noch gesehen, falls ihr euch keine Lust habt, einen einstündigen Artikel oder wie lange auch immer man bräuchte, das durchzulesen, auch wenn es das sehr wert ist. Ja. Der gute Björn Speckobst hat ein Video gemacht, wo er das auch nochmal erklärt. Das geht zwar auch 40 Minuten, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit das Spannende ist, das dann tatsächlich ist. Das kann man so nebenbei hören. Aber genau, das könnt ihr vielleicht nebenbei hören. Kann man auch Speckobst nochmal erwähnen. So, das soll es jetzt gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de ist der Schub bekommt ihr dort ein kostenloses Probe-Abo. Damit erhaltet ihr ihr erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unseren YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Donnerstag um 18 Uhr live. Außerdem gibt es unregelmäßige Streams, die rechtzeitig auf Twitter und Co. angekündigt werden. Zuletzt streamte Robin etwa sein Playthrough von Bayonetta 3. Außerdem haben wir unseren Ersteindruck zu Sonic Frontiers im Donnerstag-Stream eingefangen. Die Aufzeichnung gibt es auf dem Hooked Live YouTube-Channel und natürlich auch auf Twitch. Auf Time to 3 geht es wiederum weiter mit I, The Somnium Fight 2 und dem Resident Evil Remake mit Mats. Des Weiteren erschien eine Spezialausgabe von Hooked on Topic, in der ich zusammen mit Moe vom Core-Gamer-Treff über seine Tätigkeit als Turnierorganisator redete. Vor kurzem gab es nämlich in Köln ein großes Fighting-Game-Turnier namens The Crossover, teils sogar mit offiziellem Support. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com stehschuckt und steady.de stehschuckt möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und das sind tatsächlich einige. Wir beginnen mit God of War Ragnarok, das in der letzten Woche erschienen ist. Wir spielen es quasi seit dem Release oder können es seit dem Release spielen. Ich habe tatsächlich noch nicht so mega viel gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir sagen könnte, wie weit ich bin, ohne zu spoilern. Aber halt noch nicht ganz so weit, glaube ich. Okay. Zumindest. Okay. Wie weit bist du? Hast du das? Ich bin, ich habe das Spiel so insgesamt so 15 Stunden gespielt. Ja, also ich bin weiter, aber ich habe noch viel Spiel vor mir. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch das Ding, was uns beide vorher überrascht hat, als wir gehört haben, wie lange das Spiel sein soll. Oh krass, weil der Vorgänger ging irgendwie gefühlt die Hälfte. Da ging so 20 Stunden, glaube ich. Oder 20 Stunden, ja. Was ja auch schon ordentlich ist. Also es ist ja auch schon viel. Und ich glaube, God of War, Wagnorik ist jetzt auch, also ich glaube, ich werde wahrscheinlich so mit 25 Stunden vielleicht so rausgehen. Ich habe mich ein bisschen dazu, ohne mich zu spoilern, so ein bisschen versucht, so rauszufinden. Aber ich glaube, weil ich bin mittlerweile auf dem Ding, ich ignoriere quasi alles, was nicht Hauptstory ist. Und so werden es, glaube ich, wenige Leute spielen. Und ich glaube, wenn du es normaler spielst und dann die Sidequests machst, die auch sehr intensiv und groß hier sind, dann wirst du wahrscheinlich eher so an die 40-Stunden-Marke kommen. Aber habe ich wenig Interesse dran. Okay, okay. Das ist ja direkt mal foreboding hier. Das Ding ist, wir haben damals bei dem 2018er God of War, ich muss mir abgewöhnen, beim ersten God of War zu sagen, weil es ist nicht das erste God of War. Für mich ist das God of War 4, weil es gibt ja die Ableger, aber das ist das vierte, eigentlich numbered, große Sieg für God of War. Der spezifisch in Ghost of Sparta, dem PSP-Ableger, eine Rolle spielte. Da war ich sehr überrascht. Da kann man einschätzen, wo du bist. Das ist eigentlich ein guter ... Ja, genau. Ich bin kurz danach. Ja, das ist ja gar nicht so wenig. Ja, schon. Aber es fühlt sich noch nicht nach ... Spielzeitmäßig ist es tatsächlich noch gar nicht so viel. Okay. Was wollte ich sagen? Genau. Wir haben beim 2018er God of War, oder ich rekapituliere zumindest mal meine Meinung, ich will jetzt nicht für dich sprechen. Ich hatte damals das Gefühl, ein sehr gutes Spiel gespielt zu haben, mit einem Kampfsystem, was mir größtenteils Spaß gemacht hat und einer Story, die ich vor allem im Ansatz faszinierend finde und bei dem für mich die Charaktere funktionieren und die Charakterdynamik, vor allem als Mimir dazu kam, wo du dann den hängenden Kopf an deiner Seite hast, weil dieses Dreiergespann mochte ich einfach sehr gern. Das hat mich schon fasziniert, aber ich war von der Story ... Ich wurde nicht so komplett abgeholt, weil ich das Gefühl hatte, hier wird viel gesetupt, aber nicht aufgelöst und nicht gecashed-int, um es mal ganz doof zu formulieren. So, es fühlte sich nach Aufbau für Sequels an und viel des Story-Aufbaus war auch so dieses Verzögern, dieses du kommst jetzt vermeintlich am Ziel an, aber dann passiert noch etwas und du musst plötzlich eine Gabelung nehmen und das dauert dann noch mal fünf Stunden, bis du eigentlich wieder an dem Punkt bist, wo du vorher warst. Hier ist das Tor des Raklungs, wir brauchen zuerst fünf Steine des Brabomstil. Genau, so nach dem Motto. Und das finde ich generell nervig in Videospielen und God of War hat das einfach ziemlich viel gemacht. Also das tatsächliche, das erzählerische Fleisch an den Rippen dieses Spiels war dann am Ende gar nicht so viel. Es war nur sehr gestreckt. Und ich mochte zwar so den Kampf und auch die audiovisuelle Aufmachung des Spiels und teilweise auch das Design, aber es war mir auch da so ein bisschen zu sehr auseinandergezogen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so ein relativ großes Spiel mit Loot sein musste und mit Crafting und mit Skills. Da mochte ich die lineare Progression der vorherigen God of Wars mehr. So, und God of War Ragnarok macht ja jetzt genau das Gleiche, nur auch wieder mehr davon. Aber es fühlt sich an, als gäbe es keine Pause zwischen diesen Spielen aus einer reinen Design-Perspektive, weil es einfach genauso weitermacht, wie God of War 2018 war. Und ich merke, dass sich die Perspektive bei mir aber nicht geändert hat, sondern vielleicht eher noch mal verfestigt. Also wenn ich jetzt hier in God of War Ragnarok eine Lootkiste aufmache und ich ziehe da irgendein Material raus, das ich dann später für einen Upgrade meiner Rüstung benutzen kann, dann ist mir das vollkommen egal. Also ich habe da wirklich diese kleinen grünen Zahlen, die hochgehen, die könnten mir nicht egaler sein. Ein paar der Ausrüstungen sieht cool aus, ja, aber auch da denke ich mir, das meiste verschmilzt in meiner Wahrnehmung. Und das ist halt ein Aspekt, der hat sich dann hier bei Ragnarok nicht geändert, um direkt mal mit einem negativen Punkt hier einzusteigen. Aber das ist halt etwas, was mir sofort aufgefallen ist. Also direkt nach den ersten vier, fünf Stunden, wo ich so dachte, okay, dieses, ich gehe hier in einen Seitenmat, in so eine Seitentasche der Welt rein, loote da irgendwas, mache wieder eine dieser Rundenkisten, wo ich an drei Runden Sachen ranschmeißen muss. Da habe ich halt das Gefühl, es gab gar kein Progress im Sequel. Das ist exakt das Gleiche. Im Sequel, genau. Die Schatzkisten sehen genauso aus, das Gleiche, um sie zu eröffnen. Genau. Du kriegst das Gleiche da raus, nämlich eine ... Ab und zu kriegt man auch mal tatsächliches Loot aus einer Kiste. Ja. Aber halt nur ab und zu. Aber auch nur ab und zu. Und das Loot ist halt eigentlich immer, hier ist einfach nur irgend so ein Pop-Up, da steht dann ein Text bei und dann benutzt du dieses Text, dich beschriebene Pop-Up, um, wie du sagst, an dem Shop was zu machen. Ich war total, ich war richtig happy, als ich gesehen habe, dass du die Rüstung auch am Anfang von Atreus ändern konntest und die keine Stats hatte. Das ist nur eine optische Sache, du kannst einfach entscheiden, wie der aussehen soll und das ist, das hat mich so glücklich gemacht, weil diese Stats halt mich nicht, also die, wie du sagst, keinerlei positiven Einfluss auf mein Spielgefühl haben, sondern nur ein negatives, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich müsste jetzt eine Rüstung anziehen, die halt besser ist, die aber schlechter aussieht und mit der ich weniger gut gerade roleplayen kann. Und bin ich ganz bei dir, das gibt dem Spiel in keiner Form irgendwas. Das hätte ich auch gern. Ich hätte gern diese alternative, dieses alternative God of War Design, wo ich zwar diese Sidequests und so ein Kram habe, aber ich schalte halt nur Kostüme frei oder sowas. Und jetzt nicht irgendwas ... Ja, oder narrative Sachen, oder narrative Sachen oder von mir aus auch diese, ne, sammle hier deine Äpfel, um dein Leben zu erhöhen. Sure, ja. Ich habe gerade über, wie heißt das denn, über Plague Tale gesprochen und die haben regelmäßig so Nebenpfade, die im Grunde nichts machen, außer erweiterte Interaktionen dir zu bieten und das ist quasi das Collectible, das du findest. Eine neue Erzählung, ein neues Ding. Und das macht ja God of War nebenbei auch dann ... Ja, das machen sie in Sidequests, aber das machen sie nicht wirklich, wenn du halt diese Truhen oder sowas aufmachst. Also manchmal gibt's halt so kleine Quips zwischen den Charakteren, aber es ist jetzt nichts wasgebliches. Das Spiel wird halt sehr gestreckt durch den Kampf und durch die, und durch dieses Looten und sowas. Ja. Aber es gibt dem keine Tiefe. Es macht's halt länger. Du hast für alles halt fünf mehr Zwischenschritte und du lootest jetzt da und dann lootest du da und dann machst du da die Nummer hoch und du bist dann 20 Minuten in dem Menü, weil das das unübersichtlichste Menüsystem aller Zeiten ist. Und dann bist du halt damit wieder fertig. Aber, also ich find's wirklich desaströs. So schön? Ich find das Menü ist eines der schlimmsten Triple-A-Menü-Designs. Also ich find's auch nicht schön, möchte ich direkt dazu sagen. Ich bin seit 15 schon drin, ich versteh's immer noch nicht. Ich hab nie eine Ahnung, was ich grade aufhebe. Was ist das? Ist das jetzt ein Item? Ist das ein Unter-Item fürs Item, das in der gleichen Liste ist wie das Item? Ich hab da, ich weiß nie, wo ich grade hin muss, um was zu upgraden, weil manche Upgrades sind im Skillsystem, manche sind im Waffenmenü, manche sind nur beim Schmied. Manche machst du mit EXP. Also ich bin da jedes Mal lost. Okay. Deswegen, ich bin da wirklich ganz so schlimm, geht's mir da nicht. Aber ich find, das ist auch kein intuitiv designtes Menü, sagen wir's mal so. Das fand ich bei God of War 2018 auch schon nicht. Das war ja auch schon, warum muss das Ding im gesamten Bildschirm gerade? Ja, ja. Naja. Vor allem, da ist ja auch wieder das Ding mit, okay, wir brechen eigentlich die Gamera-Perspektive mit unserem Menü. Weil das gibt's ja auch wieder diese, wir müssen alles in einem One-Shot haben. Aber um mal was Positives zu sagen, ich mochte den Anfang vom Spiel super gern. Ja. Diese ersten zwei Stunden waren voller Achterbahnritt. Also vielleicht am Anfang gab's noch so ein kleines 20-Minuten-Segment, wo man einfach nur gerade am Suchen ist. Aber dann geht's halt so richtig ab. Und das fand ich richtig cool. Das ist genau das, was ich auch gerne sehen wollte von diesem Spiel, wo ich dachte, oh ja, das könnt ihr immer noch richtig gut. Und da wurde ich dann auch ganz gut in die Story reingeholt und in die Charaktere. Weil ja der erste Teil endet mit diesem Tor-Tease. Und da wird dann relativ schnell reingeholt im zweiten Teil. Und da wird dann auch die Charakterriege ein bisschen geöffnet. Und ich versteh sofort, was los ist, so nach dem Motto. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann geht das Spiel in so eine ... In so eine ... Leerlauf. Ja, genau. Also es hat so Kurven. Es gibt diese Leerlauf-Kurven im Spiel. Danach bist du in diesem Zwergengebiet drin. Das fand ich relativ egal. Bis zu dem Punkt, wo ich den Charakter finde, den ich dort treffen sollte. Und dann fand ich es wieder interessant. Und dann war ich wieder dabei. Und dann kommst du ins nächste Video und dann hast du wieder diesen Lall, wo zeitweise nicht viel von Relevanz passiert, sondern ich einfach nur die Mechaniken des Spiels abspule. Und dann hatte ich gestern wiederum eine Passage, wo ein Perspektivwechsel stattfand, der mir spielerisch und erzählerisch mehr gegeben hat, als das, was vorher passiert ist. Und wo ich auch wieder dachte, oh, okay, bin ich jetzt wieder dabei. Und deswegen ist es für mich so ein Hin und Her. Also ich finde, für mich ist God of War Ragnarok bisher ein gutes Spiel, aber ein durchwachsenes, bei dem ich natürlich auch im Hinterkopf habe, was für eine Reception dieses Spiel gerade bekommt. Ich weiß ja, dass es eine 94 hat auf Open Critic und Metacritic. Aber ich weiß nicht, ob es es immer noch hat, aber hat es zumindest, als ich es das letzte Mal geguckt habe. Und da, das clasht natürlich dann mit meiner Wahrnehmung des Spiels, weil ich denke mir dann so, ja, okay, aber es ist ja eigentlich, wenn ich es, mir so angucke, es ist halt so ein Triple-A-Spiel, wie es kaum mehr eins sein könnte in all den Klischees und Sachen, die es macht, von wir drücken uns an engen Wänden entlang, generell diese Art von Leerlauf, ähm, Movement-Sequenzen. Automatisch, einfach eine automatische Abfolge von Sequenzen, die die vorgaukelt, dass du interagierst mit der Welt. Genau, also selbst wenn du irgendwo hochklettest oder so, ich muss ja nichts machen, ich drücke, ein großer Teil des Spiels ist, ich drücke nach vorne und bewege mich durch diese Welt, die halt hübsch ist, so, aber das ist dann auch das, was ich mache und dann habe ich halt die Kämpfe und die Kämpfe sind so der Hauptintergrund und dann habe ich die Puzzles, aber bei den Puzzles finde ich auch ein bisschen anstrengend, dass einerseits die Charaktere mir ziemlich schnell sagen, hey, mach doch mal, probier mal den Hebel da. Ziemlich schnell, manchmal bevor du selbst startest. Ja, aber das ist das eine, da würde ich gerne einen Off-Schalter für haben, was ich aber fast noch schlimmer finde, ist, wenn ich es dann mache und mir Atreus sagt, smart. Ja. Wow. Hast du gut gemacht, dieses Puzzle, du hast diesen Turm, den man im Kreis drehen kann, den du schon fünfmal im Kreis drehen kannst. Du hast deine Achse für benutzt, smart. Du hast das, wir haben zwei Puzzle gebaut und du spielst wieder 20 Stunden, du hast das Puzzle wieder gelöst. Wahnsinn. Die bitter Hand ist, ich finde deine Stimme dabei ist, sehr unterhaltsam. Ich bin zu Tode gelangweilt von diesem Spiel. Ich bin, ich bin, ich war relativ optimistisch bei dem Spiel, dann auch nach den ersten zwei Stunden und ich kann nicht fassen, dass das so, dass das ein Spiel ist, was irgendwas, was, ich weiß, ich verstehe nicht, ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich finde, es ist spielerisch unfassbar langweilig, weil es, weil es die ganze Zeit Rätsel entgegenwirft, die keine Rätsel sind, sondern Beschäftigungstherapie, die immer daraus bestehen, guck in der Umgebung, wo das klar markierte interaktive Objekt ist, schieß da drauf, dann gehst du woanders in der Umgebung, schieß nochmal und dann kannst du durchgehen. Es ist immer exakt das Gleiche, wo die NPCs immer sofort sagen, was es ist und wo du auch regelmäßig dann vier Minuten brauchst, oder so, weil du, dann musst du das in drei Schritten machen. Ich finde aber, sie sagen es nicht immer sofort. Sie sagst, es ist komplett random. Manchmal machen sie es sofort, manchmal machen sie es nicht. Manchmal machen sie es nicht und ich hatte auch schon Rätsel, wo ich wirklich gucken musste, also wo ich vier Minuten lang in der Gegend umher gestarrt habe, bis ich tatsächlich mal das gefunden habe. Weil du aber einfach nur, weil dir das interaktive Objekt wahrscheinlich nicht aufgefallen ist. Ja, ja, genau. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Puzzle-Lehre lösen wolltest und es nicht verstanden hast. Ich musste den Puzzle-Ort quasi finden. Genau. Und wenn du es so als dann siehst, ist es immer das gleiche Puzzle, also kannst du es dann machen. Und es war schon im ersten Teil immer das gleiche Puzzle. Es sind wieder die gleichen Puzzle. Genau, sehr oft wirft deine Axt jetzt hier hin. Genau. Entweder halt um einen Schalter zu drehen oder um mal einen Wasserfluss aufzuhalten. Also den Aspekt des Spiels finde ich wirklich, also wirklich furchtbar. Diesen Puzzle- und Erkundungsaspekt finde ich furchtbar, weil die Erkundung existiert nicht, weil du halt wirklich, ich fühle mich an Final Fantasy XIII in diesem Spiel regelmäßig erinnert, weil du so unfassbar enge Flure hast, durch die du geschleust wirst, wirst die aber fast immer draußen in der Wildnis sind, wodurch die komplette, ja, diese Hallway-Message, Mentalität nur noch viel, nur noch mir doller in den Kopf gerufen wird, weil es halt offensichtlich ist, eigentlich eine Natur sein sollte und mehr machen sollte, weil jedes Objekt, das du beklettern kannst, immer die gleiche weiße Markierung hat, was in diesem Spiel so unfassbar unnötig ist, weil es nur einen, also das Spiel ist so unfassbar linear in 90 Prozent der Momente, dass ich es komplett Wahnsinn finde, dass sie jede einzelne Stufe, jede kleinste Klippe weiß markieren. Ich habe das Gefühl, ich könnte einfach den Control oder loslassen und das Spiel würde sich in diesen Momenten die meiste Zeit von selber spielen und ich müsste gar nicht daran teilhaben. Um da kurz einzuhaken, ich finde, diese Linearität, die du ansprichst, im Kern habe ich da nichts dagegen, weil ich ja viel ... Grundsätzlich gegen Linearität. Weil ich ja viel lieber dieses Spiel haben möchte, dieses sich linear durchinszeniert wegspielende Action-Adventure. Das ist ja eigentlich das, was ich gerne mag. Spiele ich ja gerne diese Spiele, Uncharted oder so was. Aber es ist ein Spiel, bei dem ich durch die Sachen wie die weißen Markierungen, durch die ganzen Kommentare von den Charakteren, die mir mein Gameplay kommentieren, sie sagen ja Sachen zu dem, was ich mache, auch im Kampf oder so, sagen sie auch oft hinter dir oder so was. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue über den Rücken von einem Game-Designer oder habe einen Game-Designer hinter mir stehen und sehe dessen Hand, wie der hier überall ... Mach doch mal, geh doch mal da. Genau, dadurch fühlt sich wenig von dem, was ich hier entdecke, was ich mache, an wie, oh, darauf bin ich jetzt gestoßen. Sondern es wurde mir halt gezeigt. Also es ist dann eher so dieses Theme-Park-Ride-Gefühl von ... Anti-Breath of the Wild. Ja, so ein bisschen. Also verstehe, woher die Formulierung kommt. Auch wenn es dann manchmal ... Hier ist jetzt eine Nebenquest, wo du dann in so einer etwas offeneren Wüstenregion unterwegs bist und da kannst du mal links und rechts ein bisschen dich umgucken. Aber auch da meine Motivation, mich umzugucken, ist halt relativ gering. Weil manchmal finde ich zwar so Lore-Fetzen ... Ja. Und das ist okay. Aber das Loot, wie gesagt, tut halt wenig für meine Motivation in diesem Spiel, in diesem bestimmten Game-Design-Korsett. Und das führt schon dazu, dass ich ... Also, abspulen ist, finde ich, das richtige Wort für das, was ich hier mache. Ich spule sehr viel von dem ab. Und wir haben uns vorher, bevor wir God of War Ragnarok angefangen haben, beide darüber unterhalten, dass wir den ersten Teil noch mal angespielt haben. Mhm. Und ich hab dann für mich festgestellt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich den noch mal komplett spiele, was ich eigentlich vorhatte, dann bin ich wahrscheinlich komplett burnt out, wenn ich Ragnarok anfange. Dann hab ich genau die Situation, die ich bei Last of Us hatte. Und stattdessen hab ich mir dann ein Fünf-Stunden-Video angeguckt, das die Story zusammengeschnitten hat. Und da, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, hatte ich das Gefühl, das war super cool. Weil es ist dann einfach diese ... Das, was ich so ... Zumindest zum großen Teil oder zu einem großen Teil mag an God of War, das ist das zusammengenommen. Und ich musste das Spiel nicht mehr spielen. Ja. Und vom Spiel hatte ich halt genug nach einem Mal. Du musst den Filler nicht mehr mitmachen. Genau, es ist halt viel ... Also durchaus auch Filler drin. Und bei God of War, Ragnarok hatte ich durchaus auch schon den Gedanken, dass ich dachte, okay, das ist immer noch so, dass diese Highlights drin sind und viel drin ist, was ich auch mag. Also ich find jetzt nicht ... Ich hab bisher nicht das Gefühl, dass das so desaströs ist, wie es dir scheinbar geht. Aber es ist halt so weit auseinander. Ich wollte auf das ... Darauf wollte ich gleich noch eingehen mit dem automatisch. Und diesem kleinen Filler-Aspekt, dem Abspulen, genau. Möchte da doch dieses ... Dass das keine Kritik ... Ich will deutlich machen, dass das keine Kritik an linearen Spielen grundsätzlich ist. Weil zum Beispiel, wir können God of War 1 bis 3 nehmen. God of War 1 bis 3 kam mir nie so abgespult vor, wie God of War Ragnarok. Weil ein ganz simpler Fall zum Beispiel, wenn ich an einer Klippe hänge, kann ich Kreisdrück, um mich loszulassen. Wenn ich springen will, kann ich springen. Ich habe in irgendeiner Art und Weise selber hier die Möglichkeiten, Kontrolle auszuüben. Wenn du in Ragnarok an der Wand klebst, dann kannst du nur den Weg entlang hoch- oder runterklettern. Ich kann nicht Kreisdrücken, um zum Beispiel loszulassen. Um mich runterzulassen. Ich muss diese Kante bis nach unten klettern. Und Kratos kann nur dann loslassen, wenn er loslassen will. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich das scheiße finde. Das ist ein Versuch zu erklären, was so ein bisschen der Unterschied ist zwischen einem linearen Spiel, was ja einfach einen linearen Weg vorgibt, und dem Problem, das ich bei God of War Ragnarok habe, nämlich, dass ich das Gefühl habe, die wollen gar nicht, dass ich hier selbst spiele, sondern die wollen, dass ich halt abspule. Es hat einen Grund, dass du in den Optionsmenü einfach sagen kannst, mach das alles auch noch automatisch. Weil es ist im Kern schon automatisch, du drückst nur ab und zu die Kreistaste. Und du kannst im Spiel sagen, ich will nicht mehr die Kreistaste drücken müssen, ich will einfach nur nach vorne drücken. Und das habe ich gemacht, weil ... Du kannst ja sogar bei Item-Pickup sagen. Ja, genau, habe ich alles gemacht. Ich habe gesagt, Item automatisch aufheben, ich muss ja nicht mehr den Kreis drücken, wenn ich nach vorne laufe. Ich habe das tatsächlich extra nicht gemacht. Genau deswegen, weil ich dann das Gefühl habe, ich spule noch mal mehr ab. Ja, aber dieses Kreisdrücken, das ist so ... Ich weiß, dass ich da nicht ... Ich fühle mich gerade in der Beschäftigungstherapie, in der Beschäftigungstherapie, und ich will das nicht. Aber wenn es schon Beschäftigungstherapie ist, will ich wenigstens ab und zu Kreis drücken und nicht nur den Analog-Signal vorne. Das verstehe ich auch, ja. Dann beim Kampf bin ich, glaube ich, auch am positivsten eingestellt. Der größte Problem des Kampfes ist, dass er in diesem 30-Stunden-Spiel drin oder 20-Stunden-Spiel, was auch immer drinsteckt. Und das ist einfach ein grundsolides Kampfsystem, was für so ein Actionspiel schnell rein, schnell raus, perfekt geeignet wäre. Aber ich bringe so viel Zeit damit, die immer gleichen Gegner zu ... Es hat schon eine ordentliche Anzahl von Gegnern, das stimmt nicht. Aber die Gegner zu bekämpfen, aber auf die immer gleiche Art zu bekämpfen, dass ich nach fünf Stunden gesagt habe, okay, ich hab wirklich alles gesehen. Ich hab im Skilltree, hab ich jetzt so nach zwölf Stunden noch alles unlockt, was ich anlocken will. Und ich hab noch die Hälfte des Skilltrees, wo ich jetzt schon so weiß, ja, okay, dann werd ich das halt auch noch fertig machen. Brauch ich nicht. Und ich habe die komplette Tiefe des Kampfsystems bereits erlebt. Und jetzt hab ich ein Drittel des Spiels erreicht, Maximum. Und das führt dann dazu, dass ich da auch super gelangweilt bin mittlerweile. Es gibt ab und zu einen Bosskampf, die super Bosskämpfe, die richtig inszenierten Bosskämpfe, ich meine jetzt nicht so die Nebenbosskämpfe, sondern die hauptgroßen Bosskämpfe, super cool, super geil inszeniert, auch spielerisch toll, macht mir viel, viel Spaß. Aber diese Arena-Kämpfe, wo du immer die gleichen Manöver machst, abspulst, 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 und sie dauern immer zu lang. Diese Kämpfe haben immer eine Welle zu viel. Die Gegner halten immer eine Kombo zu viel aus. Ein Kampf geht los und ich seufze. Das ist meine Reaktion mittlerweile. Und das liegt nicht daran, dass das Kampfsystem scheiße ist, das liegt daran, dass es nicht das nötige Werkzeug und das Pacing hat. Als Beispiel, darüber reden wir gleich, ich hab gerade Bayonetta 3 durchgespielt. Bayonetta 3 ist nicht so lang wie God of War Ragnarok, aber Bayonetta 3 hat, ich glaube, ein Dutzend unterschiedliche Waffen, die sich jeweils teilweise völlig grundsätzlich unterschiedlich spielen. Und in God of War hat es nicht ... Ich würde sagen, God of War hat ungefähr den gleichen Anteil von Kampf im Vergleich zum Rest des Spiels wie Bayonetta 3. Aber hier hast du halt viel weniger Möglichkeiten, mit den Gegnern zu interagieren. Der Kampf macht mir grundlegend auch Spaß. Ich hab irgendwie in dem Spiel mehr Probleme. Jetzt komm ich allerdings zu einem Problem in der Beschreibung, wo ich überlege, wie sehr ich spoilern möchte. Auf jeden Fall, es gibt zwei Modi, in denen man kämpfen kann. Und in dem ersten klassischen Modi hatte ich so ein paar mehr Probleme. Habe ich teilweise auch immer noch. In dem zweiten Modus, der neu ist in God of War Ragnarok, der hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil du da einfach ein bisschen schneller bist und flinker bist. Und weiß nicht, hat bei mir total geklickt. Ja, bei mir auch so. Aber dieses erste, da ist mir dann aufgefallen, dass ich echt manchmal ein Problem hab, gegen mehrere Gegner gleichzeitig zu kämpfen, wegen den Positionsmarkierungen der Gegner. Weil das Spiel macht das ja so, dass ein gelber Pfeil anzeigt, wenn ein Gegner hinter dir ist. Und er wird rot, wenn der Gegner angreift. Aber wenn er rot ist, heißt das nicht, dass ich ausweichen sollte. Weil wenn ich sofort ausweiche, wenn der Pfeil rot ist, dann trifft mich der Gegner trotzdem. Weil er ja viel länger braucht für den Angriff, als ich für meine Ausweichrolle. Und das fiel mir sehr schwer, teilweise abzuschätzen, richtig? Sodass ich ab und zu überwältigt wurde. Also, ich bin auch schon ein paar Mal gestorben in dem Spiel. Und da, weiß nicht, das ... Das hatte ich im ersten Teil, glaub ich, nicht so in der Form. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas geändert haben. Den direkten Vergleich hab ich jetzt so intensiv nicht. Ich hab das Gefühl, es kämpfen viel mehr Leute von Offscreen, ja. Also, grundsätzlich in einem Actionspiel ist es nie ein gutes Zeichen, wenn du mit Pfeilen deine Gegner siehst. Es gibt so was, ich glaub, in Bayonetta 3 ist das auch ein Problem. Aber viele der Actionspiele erlauben es, Gegner nicht Offscreen anzugreifen, Punkt. Die sagen quasi, wenn der Gegner Offscreen ist und nicht in der Kamera siehst, dann dürfen die dich nicht angreifen. Und das ist meistens so. Und wenn sie es doch machen, dann müssen sie da sonst irgendwas installieren. Ich glaube, hier ist dann noch ein zusätzliches Problem auch, dass die Kamera so nah dran ist. Exakt, darauf wollte ich gerade sprechen. Und in God of War ist die Kamera halt super nah dran. Aber viele Gegner sind scheinbar explizit dafür designt, dass sie dich flankieren oder mit Fernkampfangriffen dann angreifen. Sodass sie halt zwei Lösungen gefunden haben. Die eine ist halt, dass Pfeile dir anzeigen, wo die sind. Und die andere ist halt, dass du NPC hast, der halt sagt, hinter dir, links, rechts. Aber das wirkt wie ein Pflaster. Das wirkt wie ein Pflaster für ein selbstgemachtes Problem. Und außerdem, du hast nicht immer NPCs dabei, die dir das in der Form sagen. Manchmal läufst du auch einfach rum und dann hast du das nicht. Und es passiert ständig. Da habe ich mir halt diese komplette, das Aiming so eingestellt, das Lock-on, dass es immer automatisch zum Nächsten springt, auch wenn der Off-Screen ist. Und ich kann den rechten Stick drücken. Und selbst wenn ich niemanden vor mir habe, dann dreht sich die Kamera auch um 180 Grad, damit er dann an den anlockt. Das heißt dann irgendwie Automatic Plus oder so. Statt Classic. Würde ich jedem empfehlen, weil das war dann ... Das ist dann nicht gut, aber das hat dann so ein bisschen die Übersicht erzwungen, obwohl es überhaupt nicht schön anzusehen ist, sag ich mal. Guter Tipp, muss ich vielleicht mal ausprobieren. Das andere Ding ist, dass mir zwar auch ... Also bei mir ist auch übrigens so diese etwas größeren Bossbegegner und so, super, macht mir Spaß, finde ich, ist auch genau eigentlich ... Es fühlt sich an wie ein Kampfsystem, was dafür auch viel mehr gebaut ist, gegen einzelne Gegner zu kämpfen als jetzt gegen mehrere. Bei den Kämpfen gegen mehrere Gegner ist es ja nicht nur das Ding, dass das Pacing teilweise ein Problem ist, sondern ja auch wirklich gegen was ich kämpfe. Weil irgendwie hat das Spiel einen Hang dazu, mir kleine Echsenviecher entgegenzuschmeißen, die ja nur einen Schlag aushalten und dann sind sie weg. Oder so fliegende kleine Familiars, die irgendwelche ... Die Nightmares, genau, die dann so Projektile auf mich ballern. Das sind dann, finde ich, einfach Gegner, gegen die macht es halt keinen Spaß zu kämpfen. Die sind jetzt nicht schwer oder so, die sind einfach nur lästig. Exakt, ja. Und das ist ein Problem bei den Gegnern. Und das könnte man als Übergang, um vielleicht ein bisschen über die Geschichte, also nicht die irgendeine Geschichte zu reden, wir werden hier nichts spoilern, aber halt über die Präsentation und unsere Meinung dazu. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass 95 Prozent der Gegner, gegen die ich kämpfe, Zufallsgegner sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Gegner, die nichts mit dem Plot zu tun haben, sondern die da sind, weil sie Gegner brauchen. Also Banditen, Ähm, Echsen, Getier. Diese Droga. Droga, genau, Droga sind so Untote. Halt einfach Gegner, die dich nicht aufhalten wollen, weil sie einen richtigen Plotz-Zusammenhang haben, sondern Gegner, die da sind, weil sie Gameplay brauchen. Und das ist mir irgendwann aufgefallen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das alles so langweilig ist für mich. Weil ich halt nie das Gefühl habe, dass ich hier irgendwas von großer Relevanz tue, sondern ich will irgendwo hinkommen. Ich weiß meistens noch nicht mal, wieso ich da hinkommen will, aber ich will da irgendwo hinkommen, um da zu erfahren, was ich danach machen will. Und auf dem Weg dahin muss ich dann 500 Eidechsen Menschen umbringen, die nichts mit irgendwas zu tun haben, die mich nicht aufhalten wollen, für die ich keine Gefühle habe in der Spielwelt, die Charaktere haben keine Beziehungssinnah, sondern es sind einfach Monster, gegen die ich halt kämpfen will. Und irgendwann, es kommt mal ein Teil in dieses Spiel, wo du tatsächlich gegen Feinde kämpfst, die sich aufhalten wollen. Das passiert mal ganz kurz. Aber ansonsten sind es immer zufällige Fraktionen. Und ich finde, das steht total für die Geschichte dieses Spiels. Inwiefern? Weil die Geschichte dieses Spiels kann dir keine Gegner dieser Art präsentieren, weil sie quasi keine Gegner hat. Weil die Geschichte keine Stakes und keinen wirklichen Plot, die er bietet. Die Geschichte ist halt, dass Ragnarok kommt. Ja. Es gibt ein Professor, dass Ragnarok kommt. Und das ist die Geschichte. Ich bin 15 Stunden drin, die Geschichte ist noch keinen Zentimeter weiter fortgesetzt worden. Die Geschichte ist einfach, es kommt Ragnarok und wir versuchen herauszufinden, was wir dagegen machen sollen. Wir versuchen was ... Und das heißt, wir gehen jetzt nach A. Da versuchen wir herauszufinden, was können wir dagegen machen. Ja, wir haben was erfahren, das hat aber nicht so wirklich was gemacht. Wollen wir mal nach B gehen? Ja, machen wir. Ja, fünf Stunden sind insgesamt vergangen. Bei B erfahren wir nicht so wirklich, was wir machen sollen. Wir fahren ein bisschen was, aber jetzt so richtig weit. Wir wissen immer noch nicht, was wir jetzt machen sollen. Und wir sind jetzt ... Ich bin jetzt 15 Stunden in diesem Spiel drin. Und ich war gerade an einem Ort, wo ich hingegreist bin, damit ein Charakter endlich wissen kann, was er machen soll. Und das mache ich seit 15 fucking Stunden. Dieses Spiel ... Ich bin ... Ich war mir ziemlich sicher, dass jetzt, wo wir bei Ragnarok angekommen sind und wo wir das Ganze, die ganze Etablierung der Charaktere hinter uns haben in God of War 1, jetzt dann diese Geschichte erzählt werden kann, die sie versucht haben aufzubauen in God of War 1. Aber wird's nicht. Das ist die ganze Zeit nur Fetch-Quests. Das sind die ganze Zeit nur Fetch-Quests, die dazu dienen, dass die Charaktere Gespräche führen können über sich und über ihre Gefühle. Aber es passiert fucking nichts, wenn sie an ihrem Ziel ankommen. Und ganz oft ist der Weg zu ihrem Ziel 15 Fetch-Quests, dass dann jemand sagt, hier, ich will übrigens jetzt noch meine Tiere füttern. Okay, dann machen wir das jetzt zwei Stunden. Warum? Hat keine Relevanz für irgendwas. Aber wir wollen halt, dass die Charaktere miteinander reden. Das finde ich halt schockierend, dass dieses Spiel überhaupt gar nichts zu erzählen hat in dieser Form. Und es wird für mich dann dadurch so richtig zum Einschlafen schlimm, weil ich halt finde, dass die Charaktere alle unfassbar uninteressant sind. Und ich glaube, da ist dann der Punkt, wo ich dann wegklappe von den meisten, die dieses Spiel spielen. Weil die meisten werden, glaube ich, sagen ... Ich glaube, der Punkt war schon vorher. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, für die meisten ist das ja der Punkt, wo sie sagen, das stimmt doch nicht, da wird doch ganz viel erzählt. Die Charaktere reden doch miteinander und die entwickeln sich miteinander. Und das empfinde ich nicht so. Ich empfinde das so, dass diese Charaktere alle exakt eine Emotion und eine Motivation haben. Dann sagen die, ich bin wütend, weil ... Und ich will das. Oder ich bin gerade happy, weil ... Und ich will das. Und dann kommen die an einem Punkt an in der Geschichte, wo sie was ... Wo was passiert, wo sie was erreichen, oder sie erreichen das nicht, irgendwas passiert. Und dann sagen sie, okay, jetzt bin ich weniger wütend oder jetzt bin ich wütender und jetzt will ich das. Und dann machen sie das. Diese Charaktere haben immer diese eine Motivation und eine Emotion, die sie dir komplett offenbaren. Die sagen immer exakt, was sie denken und was sie fühlen und was sie gerade wollen, bis sie das nicht mehr tun. Und dann sagen die, okay, jetzt geht's mir besser oder schlechter und jetzt hab ich das für die nächsten fünf Stunden. Es gibt nichts zu analysieren, es gibt nichts zu interpretieren. Alles ist immer komplett auf der Oberfläche. Und deswegen find ich das dann so langweilig, weil diese Gespräche sich inszenieren, als ob ich gerade irgendwas total Anspruchsvolles erzählt bekomme, wo ich drüber nachdenken kann und was total komplex ist. Und ich empfinde das als unfassbar seicht. Das ist, glaub ich, das größte Problem für mich bei diesem Spiel. Äh, das ist wirklich ein großes Problem. Äh, mir geht's bisher nicht so. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass ich hier zu wenig erzählt bekomme, zumindest bisher. Ich habe auch ein bisschen das, was du, glaub ich, spürst mit dem, okay, es geht ja um Ragnarok und die Art und Weise, wie wir Ragnarok verhindern oder wie wir gewinnen oder was weiß ich. Ähm, und das wird vor allem hergeschoben. Aber ich hab auch das Gefühl, dass das nicht unbedingt der Kern dessen ist, was das Spiel gerade von mir möchte, sondern es geht ja viel um, äh, Prophezeiung und um den Wahrheitsgehalt von Prophezeiung und um Vorbestimmung und wie Charaktere mit dieser Vorbestimmung umgehen und, äh, wie sie auch miteinander umgehen in Anbetracht dieser Vorbestimmung, weil da halt schon Schicksale etabliert werden, die vielleicht passieren oder vielleicht nicht passieren. Und dass hier teilweise auch Gespräche stattfinden, die ich mir im ersten Teil gewünscht hätte zwischen manchen Charakteren, wo ich mich dann gefreut habe, dass diese Gespräche stattfinden und dass sie vor allem auch nicht einfach weggewischt werden, sondern, okay, da wird sich jetzt auch wirklich mal drüber unterhalten. Äh, Und da hatte ich dann durchaus meine Freude dran. Und bei mir funktionieren auch die Charakterdynamiken. Ich mag zum Beispiel auch, dass das Spiel nicht die ganze Zeit dieses klassische Dreiergespann ist, was wir im ersten God of War hatten, sondern es wechselt das so ein bisschen durch. Wir sind auch mal in einer anderen Konstellation unterwegs. Mal ist jemand alleine unterwegs, mal mit den Zwergen oder sowas. Ja, das ist cool. Und deren Charakterdynamiken mag ich halt echt ganz gern, weil es halt schon grundsätzlich verschiedene Leute sind, die hier miteinander klarkommen müssen. Und ich fand zum Beispiel auch, da habe ich mich gewundert über das Spiel. Das habe ich dir ja vorher auch mal gesagt über so eine Spekulation, die bei mir voll vorbei ging, weil ich auch vergessen habe, dass ein Charakter schon in Trailern vorkam, den du dann relativ früh findest, wo ich dachte, okay, ist das jetzt so ein Ding von wegen, den jagen wir jetzt das ganze Spiel über. Und nee, dann ist er da. Und ich fand den erst mal auch voll interessant, weil der halt anders dargestellt wird, als die Leute glauben, dass er sein sollte. Und da habe ich bisher durchaus meine Freude dran. Aber diese Freude ist genauso schwankend wie das Gameplay, weil diese Geschichte manchmal richtig viel gerade erzählen möchte. Und dann habe ich diesen zwei Stunden hintereinander, in denen quasi nur Geschichte passiert. Und dann wieder zwei Stunden, in denen fast gar nichts passiert. Und das finde ich dann ein bisschen funkt. Passiert da wirklich Geschichte? Weil ich kann die Geschichte bisher wirklich in einem Satzgefühl zusammenfassen. Ich finde, es passieren halt Charaktergespräche. Aber es gibt ja Plot und es gibt halt Charakterdynamiken. Und das Spiel konzentriert sich so halt vollends auf Charakterdynamiken. Ja. Genau. Ja, genau. Und das ist halt ... Weil ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass ich die Charakterdynamiken komplett verzeihen könnte. Oder dass die Charakterdynamiken für mich im Kontext davon funktionieren, dass ich auch Dinge in der Spielwelt mache, die ich für spannend und interessant halte. Und da ich immer das Gefühl habe, ich mache gerade Fetchquests ... Also, ich habe das Gefühl, ich gehe auf Sidequests. Ich habe ganz das Gefühl, dass die Hauptquests genauso Sidequests sind, nicht komplett. Es gab immer wieder zwischendurch dann die Momente, die du auch erwähnst, wo ich sage, ah, cool. Ich habe mehrere Male wirklich laut gesagt, oh, geil, dass gerade etwas passiert, wo ich dachte, oh, cool, endlich. Aber es kommt nie das Follow-Through. Sondern zwei Stunden später mache ich dann wieder eine Sidequest. Ich hatte dann meinen Questlog vor, meine Sidequests irgendwann. Weil ich halt aufgehört habe, sie zu machen. Weil ich halt gemerkt habe, diese Sidequests sind für mich nicht zu unterscheiden von einer Hauptquest, weil ich im Grunde genau das Gleiche mache. Ich hatte gerade eine Hauptquest, ich werde nichts inhaltlich beschreiben, keine Sorge. Aber ich hatte gerade eine Hauptquest, wo ich was finden muss. Und dafür reise ich durch eine Welt, und ich werde so entlang geführt, wo ich hin muss. Und das Spiel sagt, führ dich einfach zwei- oder dreimal ins Nichts. Und dann sagen so, ah, da wurden wir wohl ausgetrickst. Und das ist nichts sonst. Das ist einfach nur, wir führen dich jetzt im Kreis. Und das ist dann eine Nebenquest, die ich mir vorstellen kann. Aber das ist halt die Hauptquest. Und ich glaube, das ist ... Wenn dann die Charakterdynamik nicht mal funktionieren und dann erzählerisch halt kein Schritt nach vorne gemacht wird. Die ganze Zeit. Ich glaube, also jetzt ... Ich war gerade da. Gerade bin ich an einem Punkt angekommen, wo ein bisschen mal was passierte und sich veränderte. Aber ich bin halt seit 15 Stunden drin. In diesen 15 Stunden hätte ich zwei komplette God of War-Spiele spielen können. Und das ... Alte, die Trilogie. Und das kommt mir da immer wieder in den Sinn. Was alles passiert in den acht Stunden, in die in God of War 1, 2, 3 geht. Kann auch sein, dass eins länger geht. Weil du ... Das ist halt auf jeden Fall der Unterschied. Du läufst halt in den ersten God of Wars nicht mal eben 20 Minuten durch den Wald. Ja. Das passiert da ja einfach nicht. Genau. Aber wenn ich ... Und Kratos hat die ganze Zeit ein Ziel. Kratos will die ganze Zeit irgendwas erreichen. Es ist immer das Gleiche, aber ja. Also es ist im Endeffekt, genau. Das große Ziel ist das Gleiche. Aber in God of War 2 erledigst du dann da die Fäden spinnen oder was auch immer und reißt dann da durch die Zeit und so was. Die ersten God of Wars sind viel klassischer wie Videospiele aufgebaut, weil du hast ja quasi immer wieder einen Boss, den du verfolgst. Und am Ende gibt's dann diesen Boss. Aber du machst halt erzählerisch viele relevantere Dinge trotzdem. Also es ist eben nicht einfach nur, hier ist ein random Boss, den du verfolgst, sondern ... Nicht random. Aber trotzdem dieser Pantheon, durch den du dich da schlachtest, die sind ja quasi Bosse. Aber die gibt's ja eigentlich erst in drei so richtig. Strukturieren. Das muss man sagen. Den Punch-On killst du ja zu 90 Prozent in drei und in ein, zwei bist du auf dem Weg dahin und dann in drei Sachen. Gut, dann erledigen wir die jetzt. Und ich glaube, und das finde ich halt ... Das finde ich halt krass, dass ich hier das Gefühl habe, ich habe mit God of War 1, 2, 3 jeweils so einen unfassbar gut gepaceten Film gesehen. Und hier bekomme ich jetzt die vier Staffeln, eine Serie, die aus vier Staffeln besteht. Und in diesen vier Staffeln sind vier Folgen, die mir eine Geschichte erzählen. Und die restlichen Folgen sind Leute laufen durch den Wald und erzählen und sprechen über nichts. Wenn für dich die Charakterdynamik nicht funktionieren, dann sehe ich, dass das diesen Eindruck hinterlässt, bei mir funktionieren, sie bisher zu teilen, auch nicht komplett. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn ich jetzt noch mal das Doppelte oder Dreifache meiner bisherigen Spielzeit in dem Spiel verbringe. Das muss ich halt dazu sagen. Ich bin ja noch nicht so mega ... Ja, das hat auch damit zu tun. Ich war nach zwei Stunden richtig gut dabei. Ich war nach vier Stunden, aber da waren immer so diese Sachen, wo du immer ab und zu passen, holy shit, cool. Dann war ich nach sieben Stunden so, dann war ich nach zwivt Stunden so, und dann, wo ich dann ... Also mit jeden drei Stunden mehr, jetzt bin ich quasi erst da angekommen, wo ich bin. Das hat sich wirklich lange dahin gearbeitet. Ich würde ganz gern vielleicht ein Beispiel geben, wie erneut, ohne das inhaltlich zu spoilern, in irgendeiner Art und Weise, aber es gibt einen Moment in dem Spiel, wo du halt einen Charakter hast, der sich verändert. Der hat eine Motivation, dann verändert er diese Motivation. Das ist im Kern halt eine voll sinnige Geschichte, dass die in diese Richtung geht. Aber es gibt einen Moment in diesem Spiel, wo du zunächst mit diesem Charakter durch die Gegend reist, und dann hat dieser Charakter komplett eine Muthalt die ganze Zeit mit dir. Und dann passiert etwas geschichtlich, und das ist, finde ich, eine gut inszenierte Cutscene, auch ein gut inszeniertes Gespräch. Und danach hat sich diese Beziehung verändert. Und dann wird ein Schalter umgelegt, und diese Figur spricht sofort komplett anders mit dir und offenbart ihr Herz zu 100 Prozent dieser Figur gegenüber von dir. Sofort. Das passiert wirklich zehn Sekunden nach der Cutscene und zwei Minuten, nachdem diese Beziehung noch eine komplett andere war. Und da hat sich bei mir, glaube ich, ein Schalter umgelegt. Weil das war ganz nett ein Gefühl im Hintergrund. Irgendwie kann ich das nicht so richtig anfassen. Und ich glaube, da habe ich dann so richtig gesagt, oh, das ist das Problem, dass nicht nur bei mir jetzt ein Schalter umgelegt wird, sondern dass bei den Figuren immer der Schalter umgelegt wird. Ich weiß gar nicht, ob das andere Leute auch so empfinden, aber ich glaube, die Leute, die es gespielt haben, werden ungefähr wissen können, welche Stelle ich dann meinte. Da wäre ich halt interessiert dran, konkreter zu hören, wie Leute das selbst empfunden haben. Wir können halt noch nicht wirklich einen Spoiler-Talk machen, weil wir beide an unterschiedlichen Punkten sind. Das können wir dann machen, wenn wir dann durchgespielt haben. Eventuell, wenn wir dann durchgespielt haben noch mal. Aber es klingt ja schon so, also du bist ja schon sehr ... äh ... genervt, möchte ich regelrecht sagen. Ich bin genervt davon, wie ... Also, ich hab das Spiel regelmäßig aufgehört zu spielen, weil ich gelangweilt war. Einfach, weil ich am Wochenende da saß und ich da richtig Zeit reingesteckt habe und ja auch gerne reingesteckt habe, weil ich ja auch dann Spaß dran habe, die Welt zu erkunden. Ich finde technische Spiele ein bisschen eine Enttäuschung, weil die Umgebungen unfassbar geil aussehen. Ich finde, die Charaktere sehen überraschend meh aus. Kratos sieht großartig aus. Kratos ist ein großartiges Charaktermodell. Aber bei ganz vielen dieser Nebencharaktere, denke ich so, das sieht einfach aus wie so ein PS4-Charaktermodell. Das ist nicht so dieses Last of Us, ähm ... Weißt du, diese komplette ... Last of Us ist noch mal ein Schritt drüber. Gerade mit dem Motion-Capturing-Gesicht und so. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist mir auch ... Weil du hier aber auch natürlich viel mehr quasi auch nicht so richtig inszenierte Gespräche hast, wo Leute einfach nur rumstehen. Wie uninszeniert das Spiel ist in vielen Fällen. Und wenn es inszeniert, wie erneut unspektakulär und langweilig es inszeniert ist. Diese Kamera war nie schlimmer als in diesem Spiel, finde ich. Ich fand, in God of War 2018 war das schon so ein bisschen Selbstzweck, diese One-Shot-Kamera. Und ich hab's nicht so ganz verstanden. Es gibt so viele Gespräche in God of War Ragnarok, wo die Kamera hinter dem Rücken ist des Charakters, der spricht, dass ich ... Das macht mich verrückt. Dass du Charaktere hast, die teilweise Monologe führen für 30 Sekunden, wo du richtig hörst, dass da Sachen passieren. Du siehst deren Gesicht nicht, weil die Kamera halt nicht hin und her schneiden will und auch nicht ganz hin und her fliegen will. Das heißt, du siehst, die Hälfte des Bildschirms ist ein Rücken und die andere Hälfte ist ein entfernt sitzender Charakter, mit dem geredet wird. Und eine Hälfte des Gesprächs, da siehst du die Gesichter des Charakteren nicht. Ich finde, das hat überhaupt gar keinen Vorteil, diese Kamera. Und sie ist ganz oft einfach total unspektakulär. Sie macht dazu, dass unspektakulär inszeniert wird. Ich verstehe. Ich verstehe aber ... Ich hab schon beim ersten Teil nicht so richtig verstanden, warum sie das ausgerechnet komplett die ganze Zeit so machen wollten. Weil es ist ein ... Also so als Achievement, sure, why not? Aber ich finde, ich sehe auch die Vorteile nicht so hundertprozentig. Ich finde zwar manchmal ... Also ich finde, es sind durchaus cool inszenierte Sachen drin, wo sie dann ... Natürlich. ... entsprechend rauszoomen mal aus der Perspektive, um bestimmte Größen zu vermitteln oder so was. Sehr selten. Oder manchmal auch, finde ich, clever benutzen, wie Leute rein und rausgehen aus der Kamera, die gerade agieren in der Cutscene. Aber oft ist es eben auch so dieses ... Ja, okay, wir müssen jetzt halt diese Szene noch mal irgendwie in ein Gespräch schnell mal eben weg inszenieren. So fühlt sich's dann an. Und diesen One-Cut, also das komplette Ding ist ja auch ein bisschen hinfällig, finde ich, weil es gibt so viele Übergänge und Weißblenden. Es gab so ein Ding, wo sie in-game versuchen, auch, dass ich irgendwo hintransportiert werde. Und ich hab wirklich gesehen, wie dieser Charakter so in Position gewackelt ist. Und gezuckelt. Gezuckelt ist. Und also das Spiel ist halt so ein PS4-Spiel. Es ist so offensichtlich, wo die Ladezeiten immer sind. Ich versteh nicht, warum sie das machen. Ich glaube, das Spiel leidet tatsächlich ein bisschen darunter. Weil du so viel Transportweg dir sparen könntest von irgendwie, wir heben jetzt hier zusammen einen Stein hoch und dann geht der eine drunter durch und dann geht der andere drunter durch und dann sind wieder 20 Sekunden weg. Und das passiert ja schon ziemlich oft in dem Spiel, wenn du das alles hintereinander schneidest, weil das, glaub ich, schon ein relevanter Pacing-Vorrang, den du da bekommen würdest. Und natürlich auch diese Teleportation ist ja auch, wir laufen jetzt im Kreis für eine Minute und unterhalten uns dabei, bis es in einem random Portal aufgeht. Das ist ja fast schon albern. Also das find ich einfach richtig lustig. Das steh ich halt einfach immer nur da. Weil das ist ja auch so, ich gehe sehr schnell davon aus, dass das in der PS5 instant geladen wird. Ich denke auch, das ist auch schon längst geladen. Ich bin einfach, solange das Gespräch dauert, genau. Ja, also ich bin wirklich unfassbar enttäuscht. Also ich war, auch nach God of War 18, hab ich öfter gesagt, ich hab das Gefühl gehabt, wenn ich das nochmal spielen würde, würde ich das Spiel viel besser finden. Das hat sich bei der Geschichte, nachdem ich, wie du, diese Geschichtsversion mir anguckt hab, gar nicht offenbart. Ich fand die Geschichte nochmal deutlich weniger gut erzählt als beim ersten Mal spielen. Aber nichtsdestotrotz war ich total, hab ich mich auf Ragnarok dann schon gefreut, weil ich mir dachte, seh ich halt ein bisschen coole, dieses Finale dieser nordischen Mythologie-Reihe. Und 15 Stunden später hab ich immer noch das Gefühl, ich lese den Prolog, ich lese den Text-Scrawl am Anfang des Spieles und es wird mir nicht langweilen, mich zu Tode. Ich verstehe. Es tut mir leid. Ich weiß, Leute werden total müde darüber sein. Es ist keine Intention, die dahinter steckt. Der Kommentar von, oh, noch ein Sony-Triple-A-Spiel, das Robin nicht mag. Die große Überraschung, der schreibt sich ja von selbst, Leute. Hab ich jetzt für euch gemacht, müsst ihr jetzt nicht mehr machen. Gern geschehen. Danke, Tom. Aber es ist halt, es sind, finde ich, auch viele Entscheidungen getroffen worden, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, vor allem, was so die Größe des Spiels angeht. Und da hab ich halt auch ein bisschen Angst davor, wenn ich jetzt weiterspiele, wie da dieses Pacing, was mir jetzt schon auffällt, im weiteren Spielverlauf da noch läuft. Weil ich hab jetzt auch schon Nebenquests liegen gelassen, weil ich mir gedacht hab, brauch ich jetzt nicht unbedingt. Ich will eigentlich gerne in der Story weitermachen, als jetzt noch mehr Nebensächlichkeiten zu machen. Eine Einstellung, die ja bei mir schon aus dem ersten Teil herausgeboren ist. Weil da fühlte sich auch schon viel an wie, okay, ich mach grad eine Nebenquest. So. Und das, was dann in der Hauptquest passiert, mag ich aber. Also da bin ich ja drin, auch wenn's da Dialoge gibt, wo ich denke, die hätte man vielleicht ein bisschen besser schreiben können. Aber das, diese große, ganze Mythologie, die sie da auf ihre eigene Art interpretieren, find ich toll. Ich mag total, wie viele verschiedene Tiere es in diesem Spiel gibt. So diverse Wölfe und Bären und Vögel. Und sie sind alle großartig aus. Das stimmt. Das stimmt. Die Wölfe gerade. Und auch dieser zweite Kampfmodus, da gibt's ja auch so ein paar Fähigkeiten, die ich ganz gerne mag. Da bin ich auch ... Also, ich würde sagen, ich bin gespannt, was da noch kommt. Auch da hab ich ein bisschen Angst, dass nicht mehr viel kommt. Aber, ne? Ich wäre zumindest jetzt an diesem Punkt. Aber lassen wir das doch erst mal so stehen. Ja. Einen finalen Eindruck haben wir eh noch nicht, weil wir das Spiel noch nicht durchgespielt haben. Da geht's dann eventuell in der nächsten oder einer der nächsten Wochen weiter mit God of War Ragnarok. Für jetzt soll's das erst mal gewesen sein. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Gut. Dann machen wir weiter mit einem anderen Spiel, das wir beide gespielt haben. Ich hab's durchgespielt. Du bist im zweiten Akt von Pentament. Ach so. Ich hab's einfach schön gefunden, wenn du es komplett durchgespielt hättest. Nee, ach so, ja. Nee, das war nicht von Tears. Das hab ich nur noch mal angespielt. Ja. Pentament ist das nächste Rollenspiel von Obsidian. Wobei, Rollenspiel können wir uns gar nicht noch drüber unterhalten, wie sehr es in diese Kategorie eigentlich reingehört. Directed von Josh Sawyer, der die Pillars of Eternity-Spiele gemacht hat und Fallout New Vegas zum Beispiel. Und es spielt in Tassing, einem fiktiven Ort in Bayern. Und du spielst Andreas Mahler, einem Künstler, im 16. Jahrhundert. Ist 16. Jahrhundert, ne? Ja, doch. 15 oder noch was spielen die doch alle. Das klingt richtig. Richtig, ja. Ich glaub schon. Bei mir ist jetzt, ich hab's jetzt schon eine Woche nicht mehr gespielt, weil wir haben tatsächlich relativ früh einen Code bekommen, was sehr cool ist. Also hatten Zeit, das zu spielen. Und ich finde, Pentament ist für mich eines der interessantesten Spiele, das ich in diesem Jahr gespielt hab. Und für mich auch eines der Highlights. Ich fand das richtig, richtig, richtig toll. Das freut mich sehr zu hören. Ja. Ich bin da nicht so geil bei. Für mich ist es eine sehr ... Ich find das super interessant und spannend. Ich bin leider emotional nicht investiert in dem Spiel. Deswegen bin ich aber sehr interessiert, an deiner Meinung zu hören. Ich kann ja ... Oder willst du ... Wer von uns soll einmal die Prämisse des Spiels? Machst du gerne. Also die Prämisse des Spiels ist, dass du in dieser Stadt halt auch angekommen bist vor einiger Zeit. Aber du bist quasi ein Besucher. Du bist kein Bewohner der Stadt, sondern du bist ein Besucher. Und du kennst diese Charaktere alle noch nicht so lange, sodass sie auch immer mal wieder sich einführen können gegenüber dem Spieler und erklären können, ohne dass das seltsam erscheint. Und in dieser Stadt geschieht ein Mord, wo du tätig bist. Und durch die Umstände ergibt es sich, dass du so einer der ... Ja, ein Untersuchender, ein Detektiv wirst, um herauszufinden, was bei diesem Mord geschehen ist und wer der Verantwortliche ist. Und da bist du dann spielerisch in einem Zeitkorsett quasi drin, wo das Spiel immer in drei, vier Tageszeiten eingeteilt ist. Und du kannst tatsächlich ... Also es ist jetzt nicht so das komplette Urgangszeit mit Tick. Du kannst da rumlaufen und du kannst auch mit Leuten reden. Aber es gibt immer große Aktionen, die du machen kannst, wo du dir dann auch sagen, wenn du das jetzt machst, geht halt Zeit vorbei. Und das sind dann ja auch meistens die Sachen, die dann wirklich eine größere Information dir geben oder so richtig storyrelevant sind. Und wenn du das dann machst, geht halt die Zeit vorüber. Und du hast dann eine bestimmte Anzahl an Tagen, um halt diese Untersuchung abzuschließen und nutzt diese Zeit dann, um mit der Stadt dich vertraut zu machen, um da rumzulaufen, mit den Leuten zu interagieren und mehr herauszufinden. Aber das kann man ja auch schon sagen, das Spiel ist danach nicht vorbei. Das Spiel, das ist nur der Anfang dieses Spieles oder die ersten Stunden dieses Spieles. Und danach geht das Spiel durchaus noch weiter. Genau, da passiert noch einiges. Und diese Zeitaufteilung am ehesten vielleicht an Persona oder so was denken. Wobei du da schon sehr viel klarer weißt, welche Aktionen welche Zeit verbrauchen. Das ist hier nicht ganz so. Aber wie du schon sagst, größere Aktionen lassen dann die Zeit vorangehen. Aber man muss sich jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken machen, dass da eine Zeit, eine Uhr tickt. Falls ihr es gar nicht vor Augen habt, das ist ein 2D-Spiel, also ein Spiel aus einer 2D-Perspektive, wo man von der Seite drauf guckt, mit 2D-Figuren, die, glaube ich, in 3D animiert sind. In bestimmten Situationen dachte ich mir so, ist das eigentlich ein 3D-Spiel? Ich weiß es nicht, hundertprozentig. Haben sie Behind the Scenes bestimmt schon mal gesagt. Aber es sieht aus wie ein 2D-Spiel, und zwar wie Illustrationen aus alten Büchern. So ist das gemacht. Und das geht so weit, dass du, wenn du in die Menü-Taste reingehst, auch die Spielperspektive rauszoomt und zu einem Bild in einem Buch wird. Und du dann in diesem Buch rumblättern kannst, zum Beispiel auf die Seite, wo dir alle Charaktere erklärt werden, wo ein Glossar dir bestimmte Begriffe erklärt, wo dein Charakterbogen zu finden ist. Und das muss man auch direkt dazu sagen, ist es nicht so, dass du am Anfang dir einen Charakter komplett selbst erstellst, wie in einem klassischen Rollenspiel, sondern du bist immer Andreas Maler. Das ist seine Geschichte. Aber am Anfang werden dir Fragen gestellt über deine Herkunft, über deine Tätigkeit, über deine Hobbys oder so was und teilweise auch Weltansichten. Und dadurch baust du dir am ehesten den Charakter, wo du dann sagen kannst, okay, mein Typ hier mag die Natur total, meiner hat Justiz studiert, in den Niederlanden war er unterwegs und hat da seine Kunst schon verbreitet, weil Künstler ist er immer. Und er ist ja auch hier in Tassing, um im Skriptorium zu arbeiten und Bücher zu kopieren im Wesentlichen. Und es ist auch schon zu einer Zeit, wo das eines der letzten Skriptorien seiner Art ist. Und das ist ein super spannendes Setting erst mal. Also es spielt halt in einem alten deutschen Droff. Und zwar ohne Fantasy-Elemente oder sonst irgendwas. Und das macht es super besonders im Videospielbereich. Sondern wirklich sehr historisch, akribisch, scheinbar auch an Details von damals angelehnt, kann ich jetzt natürlich nur so wahrnehmen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich selber mich da nicht auskenne. Josh Sawyer hat ja einen akademischen Hintergrund in Geschichte und er hat exakt dieses Areal studiert damals. Ja, so wirkt es auch. Und hat natürlich auch dann mit Professoren der Geschichte zusammengearbeitet. Der kann tatsächlich auch Deutsch. Ja, genau. Also man merkt sehr, das ist ein Herzensprojekt von jemandem, der genau weiß, was er da baut und der schon vorherreichende Erfahrung da hat. Und ich habe das auch auf Deutsch gespielt, komplett das Spiel, weil diese Sprache eben auch eine etwas altertümlichere Sprache ist, die auch ganz besonders dargestellt wird, weil es ist alles über Text erzählt. Es gibt keine Sprachausgabe. Und die Schriftarten, die die Charaktere benutzen, werden auch teilweise zur Charakterisierung verwendet. Und es sind halt wirklich alte Schriftarten. Das heißt, sie sind manchmal auch ein bisschen schwer zu lesen. Dafür kann man aber, wenn man das nicht möchte, auch einfachere Fonts nutzen im Optionsmenü. Das ist super, super, super cool. Wie wirklich, also es gibt halt einen Buchdrucker. Musst du mich aber erst sehr dran gewöhnen. Oh, ich fand das sehr schnell, sehr cool, muss ich sagen. Also es gibt halt so einen Buchdrucker, den du triffst in der Stadt und der wirklich seine Buchstaben halt in dieser Form so reinpresst in seine Dialogblase. Während halt andere Leute ganz andere Schriftarten nutzen. Und teilweise verändern die sich auch ein bisschen über die Laufe der Spielzeit. Und eben halt da, je nachdem, was für einen Eindruck dein Charakter von dieser anderen Figur hat. Und wie das genutzt wird, um die Geschichte auch zu erzählen und diese Atmosphäre zu erzeugen, das ist, finde ich, super, super stark. Ich muss sagen, ich habe die Sprachausgabe aber vermisst. Das, glaube ich, daran liegt, dass es auch so wenig Musik gibt in dem Spiel. Das Spiel ist sehr, 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 sehr leise. Das heißt, du hörst die meiste Zeit nichts außer Tiergeräusche, also Soundeffekte, im Grunde Bällen oder Grillen, Zürpen und was auch immer. Also wenn du in der Kirche bist, hörst du so einen Trauschen. Genau, ein Chor, da hast du mal ein bisschen Gesang. Aber selbst wenn ein Chor, du meinst sicherlich den einen, der da singt in der Kirche, genau, den hörst du halt singen, wenn du ihn ansprichst, dann ist das kurz wieder weg, das Singen, weil er wirklich derjenige ist, weil er singt. Exakt. Und das gemeinsam mit der sehr gemächlichen Erzählung der Geschichte war mir, glaube ich, ein Schritt zu weit. Ich hätte da gerne die Möglichkeit gehabt, entweder mit Musik ein bisschen mehr, dass ein bisschen mehr gearbeitet wird und mir vielleicht ein bisschen mehr Atmosphäre aufgebaut wird oder halt Sprachausgabe. Ich finde, Sprachausgabe ist immer ein Bonus, weil das kannst du ausmachen, wenn es dich stört. Aber es gibt wenig Spiele, wo ich sage, die verlieren durch Sprachausgabe etwas. Und auch hier habe ich mehrere Charaktere, wo ich halt denke, da hätte ich gerne eine schöne Inspiration gehört. Problem ist natürlich, wahrscheinlich wäre die deutsche Version dadurch wieder zerstört worden. Weil wenn wir eine Erfahrung mit deutschen Synchronisationen in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, dann, dass sie meistens nicht so gut ist. Weil das will ich echt betonen, also spielt das Spiel auf Deutsch, wenn ihr es spielt. Ich habe das auf Englisch zunächst gespielt und dann auf Deutsch gestellt. Und es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Weil auf Englisch, es ist einfach Englisch. Es ist Englisch, wie ich das sonst auch in anderen Spielen lese und sie sprechen halt Englisch, wie Leute Englisch sprechen. Das Deutsch, das sie sprechen, ist wirklich Deutsch, was total zu passen scheint von meiner Vorstellung von dieser Zeit. Es sind so viele kleine, schöne Details drin. Ich mag total, dass sie immer wieder nicht sagen, irgendwie Andreas, sondern der Andreas. So ein ganz kleines Detail, was du fast nie wirklich in der Form liest in geschriebenen Spielen. Und hier ist das tatsächlich so. Das hast du ganz oft. Kinder sind ganz anders geschrieben als Erwachsene oder als Jugendliche, wie die sich ansprechen. Da steckt total viel Liebe zum Detail drin. Es wirkt voll so, wenn du es direkt vergleichst, als ob es auf Deutsch geschrieben und auf Englisch übersetzt worden wäre. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber es wirkt voll so. So gut ist der deutsche Text. Es gab nur vielleicht zwei, drei Stellen im Spiel, wo ich dachte, okay, das klingt wie ein englisches Sprichwort, das übersetzt wurde oder so eine Phrase. Aber ansonsten hatte ich auch gar nicht das Gefühl, dass das nicht ursprünglich aus dem Deutschen stammt. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, es ist ein gemächliches Spiel. Es hat auch einen gemächlichen Anfang, bis überhaupt mal dieser Mord da passiert und dann auch wirklich mal die Action in Anführungszeichen losgeht. Und es ist auch nur bedingt ein Rollenspiel, weil die Rollenspielhaftigkeit bezieht sich vor allem auf die Sachen, die du auswählst für deine Herkunft. Das machst du auch nicht nur am Anfang, das gibt es auch mittendrin noch mal. Und diese Sachen bestimmen dann teilweise Dialogoptionen, weil Dialoge gibt es ganz, ganz, ganz viele. Und Entscheidungen in Dialogen gibt es auch ganz, ganz, ganz viele. Und diese Dialogentscheidungen, die werden dann so dargestellt, dass du, wenn dieser finale Punkt erreicht ist, wo du wirklich die relevante Entscheidung triffst, dir dann aufgeschlüsselt wird, du hast das und das und das gemacht, was einen positiven Ausgang der Entscheidung herbeigeführt hätte, du hast das und das gemacht, was einen negativen Ausgang herbeigeführt hätte. Und das Ergebnis davon ist dann ein sich entsprechend gefüllter Balken. Und wenn der voll gefüllt ist, dann hast du den anderen irgendwie überzeugt oder so was. Und das ist aber jetzt nicht so gebaut, dass du mal eben zum alten Speicherstand zurück kannst, weil das Spiel speichert die ganze Zeit automatisch. Du kannst zwar ein paar Speicherstände zurück, aber ... Ich glaube, das kannst du jetzt, weil du das Spiel durchgespielt hast. Ach, okay, das kann sehr gut sein. Ich hab das Spiel nicht gespielt, ich hab keine Spielladenfunktion, ich hab nur Fort. Du hast keine ... Okay. Nee, gut. Gut, dass du sagst, weil ich hab das nämlich erst ganz zum Schluss rausgefunden, wollte ich sagen, aber dann kann man das tatsächlich auch erst ganz zum Schluss. Okay, das ist ja witzig. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen PC und Xbox-Version, kann ich mir nicht vorstellen, was eigentlich das gleiche Spiel ist, außer auf dem PC. Genau das wollte ich nämlich machen. Bei mir war es so, ich war mit einer Entscheidung nicht glücklich und wollte dann mal so Save-Scum quasi. Das geht einfach nicht. Du kannst nur auf Fortfahren drücken. Und du kannst natürlich Alt-F4en, aber da kann es auch passieren, dass du dann ... Also A, bringt's meistens nichts, weil die Entscheidung wahrscheinlich zu weit zurückliegt, die diesen Effekt hat. Oder es kann halt passieren, dass du ordentlich Progress verlierst. Beides finde ich nicht so ganz das, was du willst. Ich weiß auch nicht, ich bin da, glaube ich, auch nicht so der Fan von. Ich verstehe schon, dass sie möchten, dass ich meine Entscheidung mitnehme, egal, ob sie positiv sind oder negativ. Es ist auch egal für so die ... Also ich weiß nicht, wie egal es ist. Soweit ich weiß, hat das Spiel verschiedene Enden. Aber du bekommst ja trotzdem eine kohärente Geschichte erzählen. Aber das muss ich wirklich sagen, das ist, glaube ich, die größte Stärke des Spiels, wie viel Einfluss diese Entscheidungen haben auf die Erzählung dieser Geschichte. Weil es ist komplett kohärent. Und es wirkt total natürlich wie das, was passiert, dass das quasi immer so passieren sollte, obwohl es das dann nichts ist, weil ich ja entscheiden kann. Und ich mag total, dass diese Entscheidungen nicht immer nur offensichtliche Entscheidungen sind, sondern du kannst dich auch für Dinge entscheiden, die du dich nicht entscheidest. Das heißt, du musst ja aufpassen, mit wem du worüber redest. Das ist etwas, was in Spielen ... Und teilweise auch wann. Also du kannst ja auch Sachen einfach dann dadurch verpassen, teilweise auch bewusst verpassen. Das passiert ganz selten nur in Spielen. Das halt gesagt wird, du kannst nicht einfach alle Dialogoptionen auswählen. Wenn ich jetzt, als Beispiel, du hast irgendwie jemanden im Kopf, der verdächtig ist wegen des Mordes. Und du gehst dann zu seiner Ehefrau und beginnst dann, die darüber auszufragen, wo ihr Mann war und was er an dem Tag gemacht hat. Dann wird die Frau sich denken, der verdächtigt meinen Mann. Das heißt, allein weil du mit ihr darüber gesprochen hast, wird die schlechter gegenüber dir eingestellt sein in Zukunft, weil sie weiß, dass du ihren Mann verdächtigst. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie du sie das fragen kannst, ohne dass sie Verdacht schöpft. Vielleicht solltest du sie das gar nicht fragen, weil sie natürlich einfach nur verteidigen wird und dir keine Informationen geben wird. Also das mag ich total, dass du wirklich überlegen musst, dass du nicht einfach immer sagen kannst, ah, ich habe diese Dialogoption, ich habe eine neue Dialogoption freigeschaltet. Das ist Progress. Ich klicke die jetzt an und kriege dadurch mehr Progress. Sondern du musst überlegen, will ich jetzt diesem Charakter diese Information geben, dass ich diese Information habe. Und das finde ich ganz toll. Ich finde das auch super. Und vor allem eingebettet in dieses Szenario, wo ich diesen Zwiespalt habe zwischen der Abtei, in der ich arbeite, und dem kleinen Dorf, in dem ich wohne. Und ich kriege die Probleme der Bauern mit, ich kriege die Probleme der Dorfbewohner mit und ich kriege die Probleme der Abtei mit und wie die sich alle gegenseitig im Clinch stehen. Und da wird halt wirklich auf eine Art und Weise eine sehr kleine, aber eingeschworene Gemeinde und Welt dargestellt. Mir fallen da wenig Vergleiche einem Videospielbereich, wo ich sage, dass ich danach so das Gefühl hatte für diesen Ort, weil es ja noch Sachen macht. Weil es macht nämlich einen unheimlich, finde ich, faszinierenden Twist für ein Murder Mystery, in dem es sagt, du machst dieses Mystery, du hast eine Recherchearbeit, du gibst am Ende deine Ergebnisse preis, es wird ein Urteil gefällt und die Geschichte geht danach weiter. Ja, das fand ich auch sehr cool. Das ist so cool, weil die Auswirkung dessen, was du getan hast, noch eine Rolle spielt, weil danach noch Dinge passieren, an die du gar nicht gedacht hast, dass sie passieren können. Aber es spielt immer in Tassing. Du bist die ganze Zeit an diesem Ort und erlebst auch teilweise Weiterentwicklungen dieses Ortes mit. Und das ist halt super faszinierend. Ja. Also diese, auch mit der Konsequenz, mit der es das macht. Und da ist auch der Name des Spiels relevant, weil Pentiment ist eigentlich kein guter Name für ein Spiel, weil die meisten Leute sich fragen, was zum Teufel ist Pentiment? Ja, ich habe sogar in Englisch-Interviews von Leuten, also diese Fragestellung gesehen, dass einfach, auch wenn die englische Muttersprachler sind, sie teilweise das Wort nicht kennen. Und soweit ich weiß, ist Pentiment einfach, wenn du eine Schicht unter einem Bild durch erkennst quasi oder wenn etwas unter einem Bild noch existiert. Gibt es jetzt zum Beispiel auch bei alten, berühmten Gemälden, wo dann erst später mit irgendwelchen Röntgentechniken gesehen wurde, okay, hier sieht man die ursprüngliche Skizze oder hier war mal noch ein anderes Detail oder sowas. Im finalen Bild siehst du es nicht mehr, aber die Schicht ist noch da drunter. Ja. Und das kannst du auf so viele Ebenen mit diesem Spiel interpretieren. Also das gilt, bezieht sich dann nicht nur auf die Kunst. Mhm. Und da war ich am Ende total fasziniert von, auch wenn ich sagen muss, im dritten Akt wird mir das Spiel dann auch wieder ein bisschen zu gemächlich, bis es dann zum Finale kommt. Aber nachdem ich durch war mit dem Spiel, war ich richtig happy. Schön. Weil ich so eine coole, so eine einzigartige Welt und Geschichte präsentiert bekommen habe, bei dem für mich zu dem Zeitpunkt dann auch der emotionale Kern funktioniert hat. Weil ich würde dir zustimmen, das ist nicht, es ist generell jetzt nicht die ganz krasse Stärke des Spiels, so diese irgendwie Herzigkeit oder sowas oder die Art und Weise, wie ich an die Karstiere gebunden bin. Außer bei Kindern. Jedes dieser Kinder ist das cuideste Kind, was ich je gesehen habe. Ja, das ist unfassbar. Absolut. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die sind wirklich super süß gezeichnet. Und du kannst wahnsinnig viele Katzen und Hunde streicheln. Ja, das sind, glaube ich, die ausführlichsten Animationen des ganzen Spiels, wie detailliert er diese Hunde und Katzen streichelt. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und vor allem, also du sagtest ja, du hättest gern mehr Musik, was ich auch verstehe. Es benutzt Musik eher so als Cue für bestimmte Storyereignisse, nicht als kompletten Klangteppich im Hintergrund, sondern dafür hat es dann seine Kulissen, seine Klangkulissen vom hier bis jetzt im Wald, hier bis jetzt im Dorf. Aber das mochte ich total. Dieses einfach nur, hier höre ich jetzt die Tiere, hier höre ich jetzt dieses dumpfe, den dumpfen Hall in der Abtei oder sowas. Und nachdem ich durch war mit dem Spiel, hatte ich ein Gefühl für diese Welt, wie ich es sonst vielleicht in einem Shenmue hatte oder wie du es vielleicht in einem Gothic hast oder sowas. So dieses, ich hab da jetzt gelebt. Ich finde auch, das ist ein Vergleich, den Josh Sawyer mal selbst getätigt hat oder eine der ursprünglichen Inspirationen, dass es auch ein Gefühl, das ich hatte, Night in the Woods ist auch etwas, an was ich da denken musste. Weil dafür bringst du auch dutzende Stunden in diesem Ort und läufst. Und das ist dann strukturell ein bisschen anders als Pentiment, aber auch auf andere Art wieder recht ähnlich, weil, ne, wie du von links nach rechts läufst und mit Charakteren redest und dass das Gameplay ist, das ist dann schon wieder recht ähnlich. Aber Pentiment hatte dann noch diesen Zeitfaktor und natürlich diverse andere Spezialitäten. Aber am Ende von Night in the Woods kannte ich diese Dorfbewohner komplett und das Dorf halt komplett und hatte ein Gefühl dafür. Und das ist halt in Pentiment genauso. Genau, das ist exakt genauso. Beim Gameplay können wir auch noch mal zu kommen, weil es ist wirklich, es sind vor allem Gespräche. Du hast ab und zu mal so kleine Minispiele oder auch inszenatorische Einwürfe, wo sich dann Charaktere zum Beispiel innerhalb der Illustration eines Buches miteinander unterhalten. Super cool. Sehr schön umgesetzt. Die Minispiele sind alle spielerisch, also, das ist nix groß, was du da machst, wenn du dich mal irgendwie zum Gespräch von einer Gruppe Frauen, die gerade miteinander sich unterhalten, dann denen dabei hilfst, Sachen zu sticken oder so was und dann hast du so ein kleines Minispiel halt dabei. Ja, genau, die spinnen halt Wolle und das ist dann, also Minispiele impliziert ja fast schon, dass du irgendwie versagen oder es schaffen kannst und es ist eher so, es ist auch ein Storytelling-Device eigentlich, weil du bekommst halt ein Gefühl dafür, du klickst quasi auf die Hände und auf die Wolle in der richtigen Reihenfolge und sie geben dir dadurch ein Gefühl dafür, was du tatsächlich machst. Ich hatte nie eine wirkliche Ahnung, was ist denn Wollespinnen? Also, was machen sie denn da? Und ich kann's immer noch nicht machen, natürlich nicht in echt, aber allein dadurch, dass ich diese in so einer Detailansicht auf die richtigen Hände zu richtigen Zeitpunkten anklicken musste, um diese Wolle zu spinnen, hab ich dafür ein Gefühl bekommen, was mich wieder in der Welt verankert hat und so sind die auch. Es gibt halt später auch noch tatsächlich mal zum Beispiel ein Kartenspiel. Also, da hast du dann wirklich ein Spielspiel, was du noch spielen kannst und das lockert's dann so ein bisschen auf, aber ansonsten sind's halt die Gespräche und insofern ist es dann auch nicht mehr ein Rollenspiel, weil es gibt dann keine Stud-Checks mehr oder sonst irgendwas. Selbst Disco Elysium, was ja auch sagt, wir haben jetzt keine Kämpfe oder so, aber das fühlt sich noch mal deutlich mehr an wie ein Rollenspiel, als es Pentiment tut. Pentiment ist viel mehr ein Point-and-Click-Adventure, in dem du halt sehr viel Entscheidungen triffst und du hast jetzt aber auch kein Inventar oder so was und musst Rätsel lösen, klassische. Das ist dann wirklich eher dieses soziale Rätsel, dass, okay, ich muss jetzt diesen Fall lösen, ich muss Informationen bekommen. Und damit dann umgehen. Und das hat bei mir am Ende dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich hab noch, glaub ich, nie ein Spiel gespielt, was so ist wie Pentiment. Was für ein Kompliment. Genau, was total eigenes war. Sicherlich auch immer mal wieder mit Stellen, wo ich dachte, so jetzt würd ich gern ein bisschen schneller sein, weil zum Beispiel du kannst, es gibt keine Schnellreise in der Stadt oder so was, du musst immer latschen und du kannst auch die Geschwindigkeit deines Charakters nur bedingt bestimmen. Also wenn er draußen ist, ist er halt einfach schneller, als wenn er irgendwo drin ist. Und das ist manchmal anstrengend, weil es Momente gibt, in denen möchte ich eigentlich gerade mal mit allen reden und dann muss ich halt die auch alle manuell abklappern zu Fuß und das frisst dann halt Zeit. Und es gibt auch manchmal Stellen, wo ich eine Information bekomme und meines Erachtens nach diese Information, also jemand anderen damit konfrontieren möchte. Und das kann ich dann nicht, weil es das Spiel nicht vorsieht in diesen entsprechenden Momenten. Das hatte ich auch ab und zu, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt so relevant, ich muss eigentlich jetzt mit diesem Charakter noch mal reden können, kann ich aber nicht. Das hatte ich auch einmal, wo ich eine Aktion durchführen wollte, die ich nur mit einem anderen Helfer machen konnte. Gleichzeitig war es aber Nachmittag und am Nachmittag wählst du dann aus, mit wem du zusammen essen kannst. Genau. Und da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Familien, zu denen du hingehen kannst und mit denen kannst du halt Abend essen und in diesen, da hast du halt dann sehr ausführliche, große Gespräche über die aktuellen Geschehnisse. Auch cute inszeniert. Das ist sehr cool. Genau. Und zu dem Charakter, zu dem ich da hingegangen will, dem konnte ich dann nur darauf antworten, ob ich mit ihm essen will oder nicht, aber ich konnte ihm nichts sagen, hey, ich habe diese superwichtige Dinge. Und dann am nächsten Tag war dann dieses Zeitlimit quasi gekommen für den Fall. Deswegen konnte ich das dann nicht mehr auflösen. Das war ein bisschen schade. Das ist auch noch der andere Punkt. Ich wünschte tatsächlich, es wäre ein bisschen klarer, was wo Zeit frisst. Weil es durchaus manchmal auch Situationen gab, wo sie mir sagen, ich will jetzt hier was machen, aber dann sagt mein Charakter, nee, das mache ich später, wenn ich mehr Zeit habe. Aber ich selber kann ja gar nicht, habe ja so wenig Einfluss darauf, dass ich jetzt sagen könnte, okay, wann genau später? Ja. Weil manchmal fängt ein Tag erst nach Mittag an und manchmal schon am Morgen. Zumindest hatte das in dem ersten Akt immer einen Zusammenhang mit dem, was ich gemacht habe. Also ich habe einmal was gemacht, wo er halt gesagt hat, das würde aber lange dauern und morgen werde ich das, also da bin ich quasi nachts irgendwo hin und dann hat er quasi gesagt, dann werde ich aber morgen nicht so früh aufstehen können. Also da zumindest, als mir das wurde ich gewarnt. Das war halt nicht immer so. Manchmal gibst du die Story auch vor, wann du bestimmte Sachen machen musst. Ich würde eine Sache noch fragen, du hattest doch auf der Xbox gespielt, ne? Genau. Hast du es am Fernseher auch gespielt oder am Monitor? Nee, am Monitor größtenteils. Ja, weil das wollte ich noch sagen, ich fand das sehr schwierig am Fernseher, fast nicht spielbar am Fernseher für mich. Weil wenn du weit weg sitzt oder halt weiter weg als von einem Monitor, vom Fernseher weg sitzt, wurden diese Menüs so unfassbar unübersichtlich und kleinteilig und die Texte auch schwierig zu lesen, was ich am Monitor gar nicht mehr hatte. Also ich bin dann auf den PC gewechselt und habe es dann auch mit Maus gespielt, wo du, wenn du es mit dem Controller auf der Xbox spielst, dann steuerst du deinen Charakter halt direkt mit dem Analogstick und drückst dann an den interaktiven Punkten A und mit der Maus klickst du halt einfach dahin, wo du hinrennen willst. Und ich hatte dann sofort mehr Spaß daran, als ich vor dem Monitor saß, weil alles viel klarer war. Ich finde immer noch, dass das Questlog sehr ... Das ist sehr komisch strukturiert. Also ich hatte nie Freude daran, irgendwas herauszufinden in den Menüs. Immer, wenn ich irgendwie mir nicht sicher war, wo ich jetzt hin will und dann mit diesem Questlog hinterher gehen muss, um rauszufinden, was gerade ... Hatte ich keine Freude, weil das mir immer ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat. Ja, weil es nicht klar strukturiert ist. Genau. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt auf die aktuellste Seite meines Questlogs, sondern du musst da so durchblättern. Und es ist aber dann noch mal so ... Hat so eine Suborganisation, die für mich sich nicht 100 Prozent erschlossen hat. Mir ging es da ganz genauso. Und da ging es ... Also das war dann am PC anstrengend. Am Fernseher hatte ich da ... Also corne ich es einfach nicht mehr. Wollte ich es eigentlich machen. Ja, verstehe ich. Deswegen da vielleicht ein Fragezeichen dran, ob man das jetzt, wenn man weiter weg von einem großen Fernsitz, ob es dann noch so richtig gut mit den ganzen Schriftarten funktioniert, da kann ich mir dann sehr gut vorstellen, dass man zu diesen leichter lesbaren wechseln muss. Was dann natürlich auch schade ist, weil das ist einer der coolsten Präsentationspunkte. Genau. Es gibt ja ein paar Schriftarten oder Schriftoptionen im Spiel. Vielleicht hilft dann da was. Aber ich habe es halt auch die meiste Zeit jetzt am Monitor gespielt. Und da hatte ich kein Problem dann damit. Aber wirklich am Anfang musste ich mich sehr gewöhnen an die Schriftarten. Weil ich auch ... Also zum Schluss auch immer noch manche Sachen doppelt lesen muss. Weil es ja zum Beispiel so Schriftarten gibt, wo das S und das F einfach das Gleiche ist. Ja, ja. Und dann musst du halt manche Sachen erst mal ... Ja, und dazu kommt dann auch, dass das ja manchmal Absicht ist, weil sie ja regelmäßig Sachen rausradieren und neu hinschreiben. Also das mag ich aber auch total als Inszenierung. Was ich halt meine, ist halt diese Dialogboxen ploppen auf und dann wird der Text ausgefüllt und auf und zu steht dann irgendwie und mit T statt mit D geschrieben. Und dann denkst du so, hä? Und nachdem das alles, diese ganze Dialogzeile aufgeschrieben wurde, gibt es dann eine Sekunde Pause und dann kommt, dann wird dieses T wegradiert und ein D stattdessen hingeschrieben. Ich wünsche halt, dass du, wenn du A drückst dann noch mal, dann wird das zwar beschleunigt, die Art und Weise, wie es hingeschrieben wird, aber es geht immer noch die komplette Animation durch. Und ich hätte gerne eine Möglichkeit, trotzdem zu sagen, okay, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mal meinen letzten automatischen Speicherpunkt geladen habe und ich meine, es demotiviert dich ja wirklich, das zu tun. Wirklich? Ich habe das einmal gemacht und ich habe, glaube ich, zehn Minuten lang die Klinke-Taste geklickt. Genau, weil du dich dann so durchklicken musst. Das war keine dumme Idee. Hat es ja auch nicht klont. Hat nichts gebracht. Aber auch beim erneuten Spielen, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt mal mit anderen Herkunft oder sowas das Spiel spielen und noch mal andere Entscheidungen treffen, dann fände ich es halt cooler, mich auch ein bisschen schneller durch die Dialoge klicken zu können, weil das geht einfach nicht so richtig schnell. Das ist eine Frage, ich weiß gar nicht, welche Antwort mir darauf besser gefallen würde, aber erfährt man eine objektive Wahrheit über den Mord? Willst du darauf eine Antwort haben? Also, okay, wenn du glaubst, dass das schon vielleicht zu spoilerisch ist, dann frage ich das nicht in diesem Podcast. Aber ich persönlich ja. Ich persönlich würde das gerne wissen. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten da draußen in diesem Podcast. Ja, nee, dann lassen wir was dann und frage ich das nach im Podcast. Ich war sehr zufrieden mit dem Ende des Spiels, das kann ich sagen. Weil also zumindest diesen Mordfall erstmal, den klärst du halt auf und dann ist das halt die Konsequenz, aber es ist jetzt nicht so, dass dann am Ende gesagt wird, also am Ende des ersten Aktes gesagt wird, es war aber der und es war aber die, sondern ich weiß immer noch genauso viel vor, ich muss ja mit meinen Konsequenzen im Leben nicht entschieden haben, was ich auch mag, aber ich würde auch gerne wissen, wer es war, also es ist so ein, ich bin mir und hergerissen. Also mich hat das auch bis zum Ende sozusagen gewandelt und es war immer mehr das Schicksal der Leute in diesem Ort, das mir dann am Herzen lag und wo ich dann dachte, ah, okay, ich kenne diese Leute jetzt halt alle. Ja, voll. Das ist halt das Krasse, ne? Und es sind auch so richtig, du merkst, dass deren Lebenswelt halt noch so ein komplett anderes und da ist teilweise auch so ein bisschen so dieses, es romantisiert nicht selbst, weil es ja wirklich auch Sachen darstellt, die richtig scheiße sind zu dieser Zeit, aber ich selber hatte so ein bisschen diese, fast wie so eine Art Fernweh nach dem Dorfleben oder sowas, weil ich ja auch in einem kleinen Ort aufgewachsen bin und jetzt hier Berlin ist halt was ganz anderes und das hat das aber so ein bisschen geboten, so diese, diese ländliche Idylle, die in dem Spiel wirklich keine Idylle ist für ganz viele beteiligte Parteien, möchte ich betonen, aber das war dann auch nochmal so drin. Ich hab mich übrigens auch sehr gefreut, ich glaub, das ist schon im ersten Akt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in einem Buch wurde tatsächlich Campen erwähnt. Bist du sicher, dass das Campen war oder war es Campen? Oh, das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Jaja, es war Campen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Campen ist ein christlich auch recht wichtiger Ort, glaube ich, aber es ist ein größerer Ort in Bayern, der aber nicht Campen ist. Dann war es ja vielleicht eher das, ja. Genau, genau, hab ich, ich war, glaube ich, war auch an der Stelle. Ja, dann warst du wahrscheinlich aber dafür hatte, ich hab ein ausführliches Gespräch über Windmühlen geführt, was mich als Bewohner eines Dorfes mit einer ikonischen Bock-Windmühle, ehemalige Bewohner, sehr gefreut hat. Also wie viel über Bock-Windmühlen gesprochen wurde oder Windmühlen allgemein gesprochen wurde oder allgemein, wie du das sagst, es ist halt ein Dorf mit einer Windmühle, wo ein Mönch umgebracht wird. Also ich persönlich hab mich total zu Hause gefühlt. Da hatte ich dann mit meiner niederländischen Herkunft auch direkt andere Dialogoptionen. Ich hab auch niederländisch gewählt, weil, also das ist ja wirklich dann im Grunde da, da wo, da wo ich halt in meinem echten Leben herkomme. schön. Also richtig cooles Spiel, super einzigartig. Ich bin total froh und happy, dass es sowas gibt. Wenn ihr Game Pass habt, spielt das auf jeden Fall. Es ist halt, es ist halt wirklich volles Nischending. Sie haben ja auch während der Produktion mal gesagt, Game Pass ermöglicht halt Spiele wie das. Ja. Weil sie halt mehr Risiken eingehen können und nicht jedes Spiel so ein großer Mega-Hit sein muss. Und mich würde sehr freuen, wenn das dann auch innerhalb des Game Pass seinen Erfolg feiern kann, damit Josh Sawyer auch mal wieder einen Erfolg hat, weil Pillars of Eternity 2 ist ja ziemlich gefloppt. Und bin hiervon richtig begeistert. Ich glaube, das wächst nur in meiner Gunst, je weiter ich jetzt entfernt bin und je mehr Zeit ich habe, über dieses Spiel nachzunehmen. Ich bin total gespannt, heute fällt es in drei Minuten unserer Zeit. In drei Minuten. Ich bin total gespannt, was das für Wertungen bekommt, weil das fällt mir auch super schwer einzuschätzen. Ich sehe auch total, wie Leute sagen, das ist das langweiligste Spiel. Ich glaube wirklich, wenn ihr das, gerade im Game Pass beginnt man schnell eine halbe Stunde und entscheidet man die beiden Spiele. Das funktioniert hier nicht. Die erste halbe Stunde hast du nichts davon gesehen. Ich finde, das ist ein ziemlich zentraler Kritikpunkt. Das Spiel dauert zu lang, bis es losgeht, bis es wirklich dich mal mit der Prämisse einfach packen kann, weil ich glaube, du hättest mit der Prämisse schon nach einer Viertelstunde starten können und dann die Einführungen auch danach noch machen können und hättest dann ein bisschen mehr das Gefühl, dass du bereits im Plot drin bist. Und ich habe ja wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mir das richtig erarbeiten musste, zu der Kernprämisse des Spiels zu gelangen. Aber das lohnt sich. Ich bin jetzt leider nicht so ganz emotional begeistert und investiert, wie du das bist, aber ich habe vor, es weiterzuspielen. Das ist jetzt nicht ganz vorne in meiner Rangliste, aber ich will wissen, was da passiert ist und ich will mehr darüber erfahren und bin voll froh, dass es dieses Spiel gibt. Also A, gebt dem eine Chance und B, gebt dem eine Chance, die über 30 Minuten hinausgeht, sondern nehmt euch vielleicht wirklich einen Nachmittag. Zwei, drei Stunden in Abendzeit und dann könnt ihr darüber entscheiden, ob ihr was quasi weiterspielen wollt oder nicht. Dann soll es das zu Pentiment gewesen sein. Wir kommen direkt zum nächsten Mega-Hit der letzten Woche, nämlich Sonic Frontiers, das wir gespielt haben. Ich habe aber noch nicht viel gespielt, muss ich dazu sagen. Wir haben ja im Stream zwei Stunden gespielt und ich habe diesen Part jetzt in meinem eigenen Save quasi auch noch mal nachgeholt und selber noch mal ein bisschen erkundet, aber bin nicht sehr viel weiter als über dieses Anfangsgebiet da hinausgekommen und Sonic Frontiers ist ja, es hat zwar noch seine klassischen 3D und auch 2D-Sonic-Levels, aber die sind verbunden durch eine offene Welt, in der du unterwegs bist, in der du so kleine Rätselchen hier und da löst, die dann wiederum dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr dieser Rails in der Gegend entstehen, die irgendwie Orte miteinander verbinden und so ein Kram und Ringe sammelst und hast nicht gesehen und dann halt auch diese Levels freischaltest und das war's. Also die, es gibt auch eine Geschichte, aber gibt es sie wirklich? Richtig, aber gibt es sie wirklich? Ich habe das Spiel jetzt knapp sieben Stunden gespielt. Und es war ordentlich. Ja, es war mein Retter am Wochenende, weil ich regelmäßig, wirklich, ich bin vor God of War nach Sonic geflohen, war so, ah, ah, das Spiel ist furchtbar, ich war, ach Gott, schön, weil, also Sonic ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich kein sehr gutes Spiel, aber es hat was, was mich unterhält da dran. Ähm, ich finde, all die Probleme, die Sonic seit den 3D-Tagen mit sich rumträgt, gibt es hier in mindestens der gleichen Form, wenn nicht sogar in schlimmerer Form. Das heißt, äh, total ungenaue Steuerung für einen 3D-Plattformer, also wirklich eine schlimme Steuerung. Ähm, jetzt neu und schlimmer denn je, die Kamera ist eines der größeren Desaster dieses Spieles. mal konkret am Beispiel, du hast ja diesen Asura-Kampf gemacht im Stream und ich hab den ja jetzt selber privat auch noch einmal gemacht und bei mir sah er halt nicht besser aus. Ja. Also da sind einfach, du hast halt so einen Riesen, gegen den du kämpfst und der ab und zu mal so blaue Boost-Portale, äh, baut, die dann dich, äh, dir, dir Möglichkeit geben, auf den hochzudaschen und das ist so ungenau, dass du mal ganz normal bei dem oben landest, so wie es, glaube ich, gedacht ist und mal clippst du aber auch durch den Gegner durch oder die Kamera weiß gar nicht, was ich machen soll. Oder du bleibst an der Kante hängen, die um von deinem Arm ist, die du aber gar nicht siehst. Oder du bleibst an der Kante hängen, wo du denkst, dass du runterfallen solltest, aber du kannst da halt hochrennen, weil an manchen Stellen das Spiel sagt, dass du jetzt einfach an der Wand klebend hochrennen kannst, das macht's ja auch in der offenen Welt ab und zu. Also da merke ich auch wirklich dieses, okay, es fühlt sich manchmal an, als ob's gerade kurz davor so auseinanderzufallen. Exakt, es ist purster Jank. Es ist purster Jank. Es ist richtig, richtig janky. Ja. Aber ich habe auch so eine grundlegende Faszination mit dem Spiel, weil ich nämlich glaube, dass dieser Setup, den sie haben, nämlich ihre Levels über eine offene Welt zu verbinden mit so kleinen Tätigkeiten hier und dort, gar nicht so verkehrt ist für ein Sonic-Spiel. Also ich glaube, die Levels sind mit Abstand das Schlimmste am Spiel. Die sind furchtbar. Je immer, wenn ich ein Level muss, seufze ich hart, weil wenn ich Glück habe, ist es ein 3D-Level und es ist nur schlimm. Wenn ich Pech habe, ist es ein 2D-Level und es ist eine der schlimmeren 2D-Plattformen, die ich je gespielt habe. Aber das ist keine Übertreibung. Ich kann nicht fassen, dass es schlechter als 2D-Sonic jemals war. Ich hatte bisher nur ein 2D-Level. Das ist wirklich mysteriös für mich, wie das irgendjemand entwickeln kann und glauben, das können wir veröffentlichen. Nichts ergibt Sinn. Die Physik ergibt keinen Sinn, wann Sonic ... Manchmal drückst du nach vorne und Sonic fliegt dadurch irgendwo an. Das ist eher in den 3D-Passagen ein Problem. Das ist nicht in 2D-Passagen ein Problem. In 2D-Passagen ist das Problem, dass dieser Jump sich einfach so scheiße anfühlt und dieser Doppeljump auch und dann hast du mit R2 noch einen Dash in der Luft, der dich meistens einfach zum Mond schießt. Und die Plattformen sind nie so richtig so weit entfernt, dass du easy da hinspringen kannst, sondern sind ein bisschen zu nah dran oder ein bisschen zu weit weg. Dieses 2D ist wirklich ein Desaster. Also die Steuerung passt nicht zum Level-Design, passt nicht zu der Physik. Nichts davon funktioniert. Im 3D-Level ist es dann meistens besser, weil es automatisch ist und du Dinge sehen kannst, die vor dir passieren. Das heißt, du kannst relativ gut einfach die Rail entlang so zoomen und dann halt zur nächsten Rail springen. Aber auch da, wenn es von dir Platforming verlangt, fällt es komplett auseinander. Ich hatte ein Level, wo du am Anfang einfach drei Plattformen hast, auf denen du springen musst. Und da ist mir aufgefallen, wieso das so schlimm ist. Diese Plattformen sind tatsächlich exakt so gebaut, dass du mit einem normalen Sprung exakter landest. Also wenn du aber einen Doppelsprung machst oder einen Dash machst, dann denkt die Kamera so, was ist das denn? Was macht der denn? Was? Und die Kamera rastet aus und du springst drüber hinaus und wenn du versuchst zu dashen, erneut, du bist einfach auf dem Mond. Also da haben die halt einen Level gebaut, wo wir gesagt haben, hier sollst du Sprung, Sprung, Sprung machen. Und sobald du versuchst, so abzukürzen oder in irgendeiner Art und Weise was anderes zu machen, rastet das Spiel aus und geht kaputt. Mir fehlt es einfach sehr schwer, präzise zum Beispiel diese Coins aufzusammeln oder so in den Levels, weil du ja so ein, es zeigt dir am Ende so eine Statistik an, wo du denen die Geschwindigkeit und die Coins und diese Marker sammeln sollst und füllt das dann alles aus und ich wollte dann Sachen nochmal spielen, um zum Beispiel alle diese roten in den vorgefertigten Levels zu sammeln und das fiel mir manchmal echt schwer, weil die sind einfach nur einen präzisen, kleinen Sprung zu machen, während du rennst, ist gar nicht so easy abzuschätzen, wo du dann tatsächlich am Ende landest. Also wenn du in Mario vor dir irgendwie meinetwegen eine Pipe siehst und in die Pipe springen willst, dann funktioniert das intuitiv. Du drückst ja alles und landest in der Pipe. In Sonic zu versuchen, in so einer Pipe zu landen, ist ein Akt von fünf Minuten, weil du einfach diese Kontrolle über diesen Charakter nicht hast. Aber die Stärke des Spiels ist halt diese offene Welt, weil sie in den meisten Momenten eben nicht Platforming von dir auf diese Art verlangt. Sondern das ist größtenteils ein Automatismus, der passiert und der dich die ganze Zeit mit Belohnungen am Ball hält. Du hast gesagt, du machst ja auch Rätsel. Also das ist ein großes Wort für das, was sie dir da präsentieren, weil meistens ist es wirklich, hier ist irgendein Gegenstand, wo du einen Kreis drum laufen musst oder du musst Lichter anmachen in der richtigen Reihenfolge. Also es ist noch zwei Level unter den Korok-Seed-Dingern von Zelda, weil ich fand, die waren immer kreativ, immerhin, wo ich so dachte, ach cool, das muss ich jetzt machen und dann hast du ja die Physik und sowas in dem Breath of the Wild, die interessant ist. Das gibt's ja alles nicht in Sonic und Sonic hat halt, du kannst springen oder du kannst Kreis ziehen, um Dinge zu aktivieren und mehr können wir halt nicht machen. Und halt Sachen andaschen. Sachen andaschen, genau. Du kannst an Sachen dranspringen natürlich. Und das ist dann, also ich finde, das Spiel ist wirklich kein gutes Spiel, aber es ist so schön geeignet, um einfach zu laufen. So, ich laufe, ich renne da durch und ich sehe dann hier eine Rail, wo ich dann eine zehnminütige Sequenz starte, wo ich gar keine Ahnung habe, wo ich lande. Es ist unmöglich, in diesem Spiel ist es unmöglich, gezielt irgendwo hinzukommen. Wenn ich, es gab einen Moment, wo so ein einzelnes Level auf einer Insel war, die losgelöst war vom Rest der Welt. Und dann find mal heraus, wie du zu dieser Insel kommst, weil du musst halt zufällig auf den richtigen Bumper springen, der dich dann ans andere Ende der Map fliegen lässt, aber da ist dann noch ein Bumper, der dich dann zu diesem Ding fliegen lässt. Das ist kompletter Nonsens. Und die Progression ist ja auch kompletter Nonsens. Du hast halt hunderte Collectibles in der Spielwelt, die du sammeln kannst, die du an deine Freunde geben kannst, wodurch du Cutscenes startest, die regelmäßig Main Progress auch verschließen. Und dann musst du die Level finden, die du aber auch erst dann frei, die einfach in der offenen Welt stehen, die musst du aber auch freischalten mit Zahnrädern. Diese Zahnräder bekommst du, indem du Gegner besiegst in der offenen Welt. Sowohl die Gegner als auch die Level findest du, indem du diese Mini-Puzzle machst in der offenen Welt, wodurch die Karte dann offenbart wird und du dann siehst, wo die halt sind. Mit diesen Zahnrädern unlockst du dann die Level. In diesen Leveln bekommst du Schlüssel. Mit den Schlüsseln wiederum unlockst du dann die Chaos Emeralds, von denen du sieben, glaube ich, sammeln musst pro Insel. Also es ist einfach nur Währung über Währung über Währung. Und währenddessen findest du dann noch mehr Währungen, mit denen du deine Stärke oder deine Schnelligkeit erhöhen kannst. Und das ist halt so die die wagest mögliche Idee eines Spiels, eines Open-World-Spiels, dass wir einfach eine große offene Fläche gebaut haben oder mehrere, ich bin jetzt auf der zweiten Insel, mehrere offene Flächen gebaut haben, random Bumper und Rails platziert haben, die keinerlei Verbindung mit der Spielwelt haben. und dann hauen wir alles voll mit Collectibles und du kannst im Grunde machen, was du willst. Du wirst die Collectibles bekommen, wodurch du dann wiederum neue Insel freischaltest, um neue Collectibles zu fangen. Ja, es ist, das sind so Standard-Open-World-Tropes, ne? Auch diese Art von, okay, hier hast du eine Map voller kleiner Symbole oder sowas, die du jetzt vielleicht abarbeiten kannst, wenn du möchtest. Ich finde aber, ich glaube, eine so Kernerkenntnis ist, es macht Spaß mit Sonic über eine grüne Wiese zu rennen, mir zumindest, so ganz grundlegend, wenn ich da relativ barrierefrei das machen kann und keine Präzision von mir verlangt wird. Mir machen auch diese, dieser im Kreisrennen-Move, wenn du Y gedrückt hältst oder die entsprechende Taste und dann kannst du Gegner umkreisen und machst dadurch Damage. Ich finde, das ist auch genau das, was eigentlich Sonic braucht, dass er nämlich im Rennen angreifen kann, wobei ich den Dash jetzt auch nicht verkehrt finde, aber viele Gegner sind so darauf designt, dass ich wirklich aufpassen muss, okay, wann machen die jetzt diese komischen kleinen Viecher, die ganz viele weiße Kugeln um sich herum sammeln, da muss ich ja wirklich davor stehen bleiben und warten, bis sie aufhören zu brutzeln, sie dann angreifen, wieder stehen bleiben, warten, bis sie aufhören zu brutzeln, sie dann angreifen. Das ist ja kein spannender Kampf. Ich würde aber behaupten, das sind alle Kämpfe. Ja, es sind zu viele auf jeden Fall, die halt diese, die mich zu leicht so aus der Bahn werfen, wo ich auf Sachen achten muss, wo ich der Meinung bin, da hätte man eine geschicktere Herausforderung draus bauen können und auch zum Beispiel dieser Riese, den wir erwähnt haben, eigentlich finde ich es ja cool, dass sie sagen, okay, du bekämpfst den, indem du vielleicht um den herum rennst, am Anfang seine Füße umkreist, dashst und dann den Riesen hochrennst. Das klingt ja cool. Es ist halt nur die Umsetzung, die super hakelig ist und wo so viel schief gehen kann. Ja. Und das finde ich halt so schade dann. Ich finde, die Kämpfe allgemein sind auch ein sehr schwacher Part des Spiels, weil also diese kleineren Kämpfe, die mache ich mittlerweile gar nicht mehr, muss ich sagen, weil die halt bringen ja auch nichts und du kannst einfach vorbeirennen. Du kannst vorbeirennen, die Kamera lockt kurz automatisch an bestimmte Gegner dran und dann siehst du nichts mehr und rennst wahrscheinlich in den Abgrund. Regelmäßig übrigens, es gibt einfach random Passagen in dieser offenen Welt, wo sie halt feste Kameraperspektiven aktivieren und plötzlich dann in der 2D-Ebene bist oder sonst irgendwas und du hast keine Kontrolle darüber und regelmäßig willst du dann gar nicht mit dem interagieren, wo es sich gerade reint. Das ist ganz furchtbar. Die Kamera ist wirklich ein Desaster in diesem Spiel. Aber die Kämpfe sind halt, haben halt meistens eine einzige Idee und dann musst du halt das machen, um den Gegner zu besiegen. Du hast mit Asura, du musst das Bein da hochrennen. Oder diesem fliegenden Viech. Bei fliegenden Viech und das sind dann leider die meisten Kämpfer, das haben wir auch im Livestream gesagt. Bei dem fliegenden Viech ist es so, der zieht einen Schweif hinter sich her und das ist dann geskriptet. Das heißt, du springst auf den Schweif drauf und dann kannst du, dann hast du nicht mehr wirklich irgendeine eigene Möglichkeit auszunehmen, wie der Kampf weitergeht, sondern du rennst dann einfach da rauf und der Gegner fliegt weg von dir. Du kannst ihn auch nicht einholen, egal ob du boostest oder nicht. Und rein konzeptionell möchte ich dazu sagen, ist das super cool. Dass du auf so einen fliegenden Art Robo-Drachen drauf bist und auf dessen Schweif hinter ihm her rennst, ist super cool. Wenn das jetzt ein dynamisches Element wäre, wäre das wahrscheinlich richtig toll. Aber dadurch, dass jetzt das, was du gleich beschreibst, funktioniert es halt nicht mehr. Du rennst halt automatisch dann eine Minute auf diesem Schweif umher und nach einer Minute kommen dann ein paar Laserstrahlen an diesem Schweif und den weißt du halt links, rechts aus und das machst du dann insgesamt zwei, drei Minuten und dann ist halt der Kampf vorbei. Und oftmals, fast immer in diesen Kämpfen, passiert es mir, dass ich halt irgendwann mal getroffen werde und runterfall oder sterbe oder sowas. Musst du es immer nochmal machen. Und das sind alle, jeder dieser Bosskämpfe ist, wir haben diese eine Idee, was du hier machst und das machst du jetzt drei Minuten lang. Bei einem ist es so, der schießt so Ringe auf den Boden, also so große, also so Railings, die halt ringförmig sind. Und was du machen musst, und das ist wieder so ein Ding, ich weiß nicht, wie ein Game Designer oder ein Animator oder irgendjemand so was wirklich ins Spiel einbauen kann, ohne sich zu denken, warte mal, das ist vielleicht nicht das Beste. Der schießt so runde Railings auf den Boden. Und was du machen musst, ist, du musst diese Railing einmal komplett rundum entlangfahren, die wird dann blau eingefärbt hinter dir. Und wenn du die komplett blau eingefärbt hast, dann wird Sonic wie von so einem Mauszeiger automatisch auf eine nächsthöhere Railing gezogen. Machst du das nochmal und dann bist du irgendwann bei dem Boss, der drei Railings um sich rum hat und dann musst du die halt alle einfärben. Ich meine, wie diese Metapher sich etabliert hat bei dir. Es ist aber auch voll so, die Mauszeiger-Metapher, sobald du versuchst, weil das weißt du ja nicht, du weißt in diesem Spiel nie, wann du die Kontrolle hast und wann nicht. Und in diesem Fall ist es so, du machst dann diesen Kreis, füllst den aus und dann fliegst du nach oben und dann denkst du, ah, jetzt muss ich zum nächsten dieser Kreise steuern. Aber sobald du dich bewegst, landest du im Äther. Es ist vorbei. Es ist absolut vorbei. Du musst halt wirklich komplett den, oh, ich wurde angerufen, ich lege kurz auf, zum Annehmen nach oben zu schneiden. Sehr gut. Du musst halt wirklich die, die, den Analogstick komplett loslassen. Du musst ihn komplett loslassen und dann macht Sonic irgendwas, was physisch überhaupt gar keinen Sinn gibt. Er steht quasi T-Posend in der Luft und wird dann in diesen nächsten Kreis reingezogen und das ist die Intention des Entwicklers und so weiter und du denkst halt, du musst selbst steuern, aber darfst du gar nicht und von diesem Moment ist das Spiel halt nur so vollgepackt. Also, ich bin ein bisschen überrascht über die dann doch jetzt nicht unglaublich positive, aber dann doch okaye Reputation, die dieses Spiel erlangt hat, weil ich finde, es hat all die Schwächen, die Sonic je hatte, es packt viele neue hinzu und ist für, also es ist so ein Trashfire irgendwie, das mich unterhält, weil es so einen gut funktionierenden, nicht gut funktionierenden, aber weil es so einen simplen Gameplay-Loop hat, der dich ganze Zeit belohnt und dass du jetzt viel damit machen musst. Es ist halt was Neues für Sonic, es ist halt nicht einfach nur, jetzt ist noch ein 3D-Sonic-Spiel, sondern sie probieren wirklich was Neues und was ich gelesen habe von Sonic-Fans ist schon, dass sie sich wünschen, dass sie beim nächsten Spiel einfach mal dieses Konzept beibehalten, damit sie mal dran feilen können und nicht es wieder komplett fallen lassen, um dann wieder komplett andere Fehler bei einem komplett anderen Konzept zu machen und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man hier sagt, okay, wir bauen mal dieses 3D-Sonic-Konzept und machen vielleicht mal, vielleicht muss man den auch ein bisschen entschleunigen im Standard-Gameplay und diese Beschleunigung dann nur in sehr bestimmten Passagen hervorrufen, damit du mehr Kontrolle hast über das, was du hier tust. Ich glaube aber auch, selbst mit der Geschwindigkeit könntest du mehr Präzision haben, wenn einerseits die Kameraarbeit besser wäre und andererseits diese grundlegende Bewegung des Charakters sich ein bisschen besser und weniger so hakelig anfühlen würde, weniger zappelig. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie einen Animator einstellen für das nächste Spiel. Einen Menschen, der animiert, was passiert. Das wäre cool, weil das ist wirklich ... Die Animationen sind wirklich teilweise super strange, wenn du irgendwie über einen Fels rübergehst und er wird dann durch die Gegend gewirbelt und ich frage mich, was passiert denn hier gerade? Was ist denn das? Du verbringst gefühlt 70 Prozent dieses Spiels damit, durch Gegenden zu fliegen oder fallen und das hat einfach, das Spiel hat einfach keine vernünftige Ich-Falle- oder-Fliege-Animation, sondern es ist immer, ich stehe halt starr irgendwie in der Luft und das machen sie halt seit 20 Jahren und ich denke, animiert doch bitte dieses eine Ding. Ich würde das wirklich gerne mal sehen, gut animierten 3D-Sonics, weil wir haben hervorragend animierte 2D-Sonics, also Sonic Mania sieht ja hervorragend aus, aber 3D-Sonic in so richtig hübsch, so richtig, richtig, richtig hübsch, also wo ich jetzt nicht die Umgebung, meine Umgebung sind immer mal wieder, also Sonic Generation sieht ja toll aus und ich, obwohl in Sonic Generation ist tatsächlich auch die Animation ganz ordentlich gewesen, glaube ich. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Das müssen wir vielleicht noch sagen, ich finde, die Technik von Sonic Fantasy ist auch ein, also hoiuiui, das ist Pop-In, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem ganzen Leben, weil es proppt hier wirklich einfach auf und mir ist schon einmal passiert, dass ich wirklich, ich bin halt gerannt und ich bin in der Sekunde, wo ich da vorgestoßen bin, ist es in die Welt geploppt. In einem Spiel, wo du deine Navigation planen musst. Genau, das geht einfach nicht hier, weil wirklich Railings und dann ploppen erst die Railings auf vor dir und auch nicht, also wenn wir sagen ploppen auf, wir meinen nicht die Fäden rein, die sind da einfach plötzlich und dann baut sich das so nach und nach auf, wenn du dann lang rennst, aber das putzt sich zuerst auf und dann, wahrscheinlich ein, zwei Sekunden später, bauen sich erst dann die Coins auf oder die Collectibles, die du aufsammeln kannst. Auch da ist es so ziemlich unmöglich vorherzusagen, wo du jetzt hin willst, sondern du rennst halt blind und dann passieren immer Dinge und das macht irgendwie Spaß. Nun gut, dann sollst du das erst mal zu Sonic Frontiers gewesen sein, Okay. So Robin, wir sind jetzt schon zwei Stunden drin, wir haben auch noch ein bisschen was, nämlich zum einen Bayonetta 3, aber das haben wir schon letzte Woche ausführlich geredet, da hast du über deinen Eindruck gesprochen, der war ja durch die Bank, also nicht durch die Bank, aber der war sehr positiv mit ein paar Abers und jetzt hast du es ja durchgespielt, du hast es im Stream durchgespielt, könnt ihr komplett nachvollziehen auf unserem Twitch-Channel, twitch.tv.com und dem HookedLive YouTube-Channel, da gibt es die Aufzeichnung davon. Wie ist denn jetzt also dein Fazit, auch jetzt nach ein paar Tagen Perspektive auf das Spiel? Also mein Fazit ist, dass wir Bicke Kamiya aufhalten müssen und ihm nicht, keine Geschichten mehr schreiben lassen dürfen. Ach so, okay. Weil das ist wirklich, also die Geschichte von Bayonetta 3 ist so ein absolutes Desaster, das ist schon echt krass, wie scheiße das alles ist. Bayonetta 1 und 2 haben schon Geschichten, die du einfach nicht nachvollziehen kannst, während sie geschehen, verstehst du nicht, was passiert und wieso irgendwas passiert und dann ist es irgendwie vorbei und denkst du so, okay. Aber Bayonetta 3 schafft es sie, locker zu unterbieten, weil Bayonetta 3 für 14 Stunden keine Geschichte erzählt, also wirklich einfach keine Geschichte erzählt und dann in den letzten einen Stunden, die ja irgendwie so, dann beginnt die Geschichte zu erzählen, alles was erzählt ist, also kompletter, nicht nur Schwachsinn, sondern auch einfach auch schlecht geschrieben. Zum Glück ist es Bayonetta und es könnte mich nicht weniger interessieren. Also es ist mir wirklich völlig schnurzpiepegal, was da erzählerisch passiert und wie schlecht das ist, weil ich das schon im ersten 2 Teil ziemlich schlecht fand und es da auch keinerlei Einfluss auf mein Spiel gefallen hatte und das ist auch hier so. Es ist halt, es hat sich im Grunde so fortgesetzt von dem her, was ich gesagt habe. Die Innovation im Kampfsystem hört halt nicht auf, bis übers Ende hinaus. Also du bekommst halt am Ende des Spiels noch zwei neue Waffen und Dämonen, die sich wiederum anders spielen, als das, was du vorher präsentiert bekommen hast. und es ist der absolute Wahnsinn, also es ist wirklich der Wahnsinn, was hier spielerisch alles drin steckt. Ich habe mir am Wochenende mal ein Video angeguckt von jemandem, der es in hohen Auflösungen und flüssig auf einem Emulator komplett gespielt hat. Da brauchst du ja ordentlich einen PC für, um einen Switch-Emulator in der Qualität auch zum Laufen zu bringen. Hat er gezeigt und es ist halt krass, weil das Spiel gewinnt wirklich auch in seinem spielerischen dadurch etwas. Das ist halt der zweite große Kritikpunkt an dem Spiel, ist dann wirklich die Technik, weil du einfach so oft nichts erkennst, schlicht und ergreifend, weil alles dithert, weil alles wackelt, weil alles niedrig aufgelöst ist. Es verschwimmt dann so. Genau. Und sobald du, sobald ich gesehen habe, wie dann das alles scharf ist und bleibt, du erkennst sofort viel mehr. Klar, die Kameraprobleme gibt es immer noch, die Spezialeffekte so viel vom Rest übertünschen, passiert immer noch, aber es ist ein viel besseres Erlebnis von dem kurzen Video, was ich mir angeguckt habe. Deswegen hoffe ich da sehr, dass wir in irgendeiner Art und Weise, sei es auf einer Switch 2 oder sonst was, da eine bessere Version dieses Spieles bekommen. Es ist halt vollgepackt mit Minispielen und mit einzigen, einzigen Sequenzen, auch bis zum Ende hin, bleibt es auch bis zum Ende hin. Wenn das, wem das nicht gefällt und wer einfach nur sein, ein Bloody Palace Erlebnis haben will, von ich sehe hier das Kampfsystem und nichts außer dem Kampfsystem, der wird auch enttäuscht sein davon. Schaltet man denn in die Richtung irgendwas frei? Ja, man hat die Witch Trials wieder wie im zweiten Teil, also hier ist ein Teil Kampfherausforderung. Genau, Kampfherausforderung. Genau. Aber halt, wenn du die Kampagne nochmal spielen willst und vielleicht gute Bewertungen haben willst, dann musst du diese Dinge auch machen, weil die ja auch mitbewertet sind. Die Minispiele? Wir nennen sie mal Minispiele, also genau diese Skriptsequenz, wenn du irgendwie mit dem Ding reitest oder so ein Special Kampf hast. Es gibt so einen Bosskampf, der einfach Sternscharre Papier ist, der viel zu lange dauert, den du zweimal machen musst, was komisch ist, der aber geil inszeniert ist. Bei Alex Kid angekommen. Ja, es ist wirklich einfach, du wartst drauf, du hast unten links steht das besiegt das, das besiegt das und das besiegt das und dann warst du drauf, was dein Gegner macht und der hat dann eine fünfsekündige Aufladanimation und in der Zeit musst du dann den Button drücken, der das besiegt und das dauert dann eine Weile, aber es sieht halt super geil aus in der Zeit, deswegen, ich kann damit leben. Ich finde, Bayonetta 3 ist ein sehr spannendes Spiel, weil es sich super viel traut und überhaupt nicht auf den eigenen Lore, Lore-Bern ausruht, was ich super finde. Es macht da einige Fehler, die die ersten beiden Teile nicht gemacht haben, aber mir gefällt es echt besser als der zweite Teil, einfach weil es mir alle 60 Minuten spätestens irgendwas in den Weg war, wo ich halt mit offenem Mund und jauchzend da saß. Es hat den coolsten musikalischen Moment der ganzen Reihe, obwohl es den schlechtesten Soundtrack an der ganzen Reihe, es gibt einen Moment, den ich sensationell fand. Direkt interessiert. Ja, auch so ein Skriptmoment halt, der großartig war. Wenn man die Geschichte ausklammert, ist das, was es dir so präsentiert am Ende, was da passiert, auch supergeil und ich hab das auch voll gefeiert und warum es dann passiert und was es dann für den Ende hat, einfach ignorieren, ist scheißegal. Deswegen, es ist ein Spiel, was Konflikte durchaus hervorruft, weil es so viel macht mit der Franchise und weil es nicht überall die Landung so perfekt halt landet, aber ich hab so viel Respekt davor, was hier versucht wurde und was hier alles in ein Paket gepackt wurde. ich find, das ist eines der Highlights des Jahres. Ja, und ich mein, bei Bayonetta 2 hattest du ja gemeint, das ist jetzt mehr Bayonetta gewesen, so, und das hat dir ja damals auch super gut gefallen, aber jetzt nach all der Zeit ist das vielleicht dann auch die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, wir probieren einfach mal ganz viele Sachen aus. Ich würde sagen, Bayonetta 2 ist halt auch das stärkere Spiel im Moment dadurch, also die Mechaniken sind stärker, kohärenter und es macht weniger Fehler als Bayonetta 3, aber es hat auch viel weniger Spitzen als Bayonetta 3 und viel weniger Highlights und da ist mir das, was Bayonetta 3 macht, dann wirklich deutlich, deutlich lieber. Sehr gut. Okay, dann also immer noch eine bleibende Empfehlung auch nach dem finalen Fazit für Bayonetta 3. Würdest du denn sagen, wenn man jetzt Bayonetta 1 und 2 nicht gespielt hat? Einfach? Ja, scheißegal. Du wirst sowieso nichts verstehen von dem, was passiert. Das ist Nonsense. Also ich hab ja extra nochmal deswegen gespielt, weil ja auch Kam ja meint, dann hat man richtig, ist völlig egal. Das hat keinerlei Einfluss, ich hab nichts gerafft von dem, was passiert. 90 Prozent der Geschichte wird über Collectible Schriftarten, Rollen erzählt, die ich nicht gelesen habe. Es ist alles Nonsense. Guckt euch das an, lasst euch berieseln von dem, was passiert und wenn irgendwas keinen Sinn ergibt, akzeptiert das einfach. Das ist Kam ja, der es geschrieben hat. Der kann das nicht, ist egal. Na gut, okay. Dann halt diese Art von Empfehlung für Bayonetta 3. Wir sind noch nicht ganz durch, wir haben noch ein Thema, über das wir reden müssen. Es ist nämlich Zeit für Robins famoses Formel 1-Fest. Guck mal Tom, da siehst du Mick Schumacher in den Horizont fahren und es startet die Fast and Furious-Musik, die abschließt. Was ist da los? Was? Mick? Was ist passiert? Mick Schumacher ist so ziemlich raus aus der Formel 1 mittlerweile. Das war ja immer die Frage, ob der seinen Sitz bei Haas behalten kann und das wird am Mittwoch wohl offiziell gemacht, aber es gibt jetzt bereits verschiedene Magazine, die mit hundertprozentiger Sicherheit für sich behaupten, aus Quellen erfahren zu haben, dass Hülkenberg den Sitz kriegt und Mick Schumacher raus ist. Was durchaus Sinn ergibt, muss ich sagen. Also das war die eine Person, die ich so ein bisschen immer für war, aber da gab es einfach keine Konstanz, da gab es keinen Mut hinter den Sachen. Er ist ein sehr defensiver Fahrer, ein sehr vorsichtiger Fahrer. Es gab immer wieder, es gab so ein, zwei Momente, wo er aber richtig gezeigt hat, was er kann, wo er dann richtig gut gefahren ist. Aber dieses aktuelle Rennen in Brasilien immer wieder, so ein Beispiel, das war ein Sprintrennen, das heißt, du hattest eine Qualifikation, wo du dann die Startaufstellung für das Sprintrennen entschieden hast am Samstag und das Sprintrennen dauert dann 25 Runden, du bekommst auch Punkte für das Ergebnis, aber weniger und dann das Ergebnis des Sprintrennens entscheidet, wie dann beim eigentlichen Rennen die Startaufstellung ist. Und das hätte nicht schlechter laufen können für Mick Schumacher, denn am Ende des Sprintrenns war Mick Schumacher letzter, am Ende der Qualifikation für das Sprintrennen war Mick Schumacher letzter und sein Teamkollege Kevin Magnussen war, was rätst du jetzt, wo er war? Vorletzer? Erster. Den Kontrast meintest du, okay. Er wurde Erster, weil er A, einfach sehr gut gefahren ist in der Session, in der Qualifikationssession, aber B, also er hat sich tatsächlich einfach durch eigene Leistung in Qualifikation 3 reingefahren, was dann schon krass ist, wenn er einer im Zweiletzter wird und wenn er in der ersten Qualifikationssession rausfliegt und zwar weil es hat immer wieder geregnet in diesem Qualifying und Mick Schumacher war einfach zu defensiv, die Strecke ist dann immer weiter getrocknet und Leute sind dann immer aggressiver fahren können und Mick Schumacher ist so ein bisschen so vorsichtig weitergefahren, wie er vorher gefahren ist und das ist sehr typisch für Mick Schumacher, dass er einfach da nicht so sehr rangeht, wie er eigentlich könnte und er wurde ja Weltmeister in der Formel 2 trotzdem, hat aber, ich weiß nicht mehr, was das Detail war, es war irgendwie Formel 2 Weltmeister mit den wenigsten Siegen oder sonst irgendwas, weil er einfach durch konstant okaye Positionen Weltmeister wurde, irgendwie so war es, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Das ist eine komische Statistik. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es genau das war, aber es war irgendwie sowas. Jedenfalls, er wurde dann 20., weil er einfach zu vorsichtig war. Magnussen, sein Teamkollege, bis in Qualifikation 3 vorgefahren und in Qualifikation 3 war es dann so, dass es am Anfang noch trocken war, noch relativ trocken und Magnussen dann auch als Erster es geschafft hat, sich quasi anzustellen und direkt loszufahren und er hat dann die schnellste Runde gefahren und das war halt einfach eine Leistungssache. Er hat einfach eine super gute Runde gefahren gegen Verstappen, gegen die Mercedes, gegen alle und dann nach der einen Runde gab es, einerseits gab es einen Unfall, weswegen dann die Qualifikation unterbrochen wurde und es hat angefangen zu regnen. Das heißt, keiner konnte eine schnelle Runde fahren, also war Max und Magnussen einfach auf der Pole Position. Ich glaube, die drittlängste Zeit, die jeden Fahrer gebraucht hat, um eine Pole Position zu bekommen, weil er auch schon drittlängste Zeit? Ja, sein 100. Grand Prix war das und nach 100 Grand Prix hat er seine erste Pole Position. Und das war natürlich ein ganz toller Moment, weil dieses Team sich halt so unfassbar gefreut hat und es kam out of nowhere und Magnussen war ja schon raus, ist ja jetzt für den Masepin gekommen, der wegen dem russischen Überfall auf die Ukraine dann rausgeschmissen wurde, weil er der Sohn eines russischen Putin-Oligarchenfreundes ist und dadurch das Geld kam und der einfach auch nicht fahren konnte, das ganz nebenbei auch vielleicht ein Detail. und das war natürlich super schlecht für Mick Schumacher, also peinlich ein bisschen, aber natürlich konnte Magnussen dann nicht viel daraus machen, ist dann in dem Sprintrennen auf den achten Platz durchgereicht worden, hat aber dadurch noch einen Punkt bekommen, was ziemlich cool ist, jeder Punkt ist wichtig für die hinteren Teams, wurde dann leider, ist dann vom achten Startplatz ins eigentliche Rennen losgegangen, wurde auch direkt dann leider rausgekegelt und war dann raus in der ersten Runde. Mick Schumacher hat es im Sprintrennen von zwanzigstem Platz auf den zwölften Platz geschafft, was echt beeindruckend ist, also acht Leute zu überholen, aber dann wieder im fertigen Rennen, wurde dann vierzehnter schließlich, einfach nichts, es war einfach so vor sich hingefahren, es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, ja, und jetzt scheint relativ klar zu sein, dass er dann für die nächste Saison seinen Platz verliert. Ich halte es für sehr gut möglich, dass er dann irgendwie bei Mercedes oder Ferrari oder sonst wo unterkommt als Testfahrer, um vielleicht dann irgendwann in ein, zwei Jahren nochmal einen Platz zu finden. Selbstverständlich halt, für selbstverständlich halte ich es nicht, weil er halt nicht die Leistung gebracht hat, die man sich erhofft hat von einem solchen Fahrer. Aber er ist halt auch jemand, der immer besser wird, je mehr Zeit irgendwo investiert, deswegen, es wäre tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass es mal passiert. Rennen selbst war super cool, Sprintrennen war ganz, war richtig spektakulär und das Sprintrennen hat tatsächlich George Russell gewonnen, hat von seiner zweiten Startposition Verstappen überholen können und hat dann auch das echte Rennen gewonnen, sein erster Sieg. Sein erster Sieg, sehr lange darauf hingearbeitet, ist ja, glaube ich, vier Jahre bei Williams gewesen, dem mit Abstand schlechtesten Team und hat immer gewartet, dass er endlich Bottas ersetzen darf bei Mercedes. Jetzt ist es endlich passiert und zwar in der Saison, wo Mercedes nicht mehr das beste Auto hatte. Deswegen, glaube ich, sehr frustrierend, aber er hat tatsächlich jetzt noch einen Sieg bekommen und Hamilton auch zweiter, also Mercedes hatte einfach ein richtig, richtig gutes Auto auf dieser Strecke. Worüber ich reden will als Abschluss ist, über das, was am Ende passiert ist, nämlich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ja der Grund, warum man Formel 1 guckt. Verstappen ist ja Weltmeister. Verstappen ist Weltmeister. Die Konstrukteurs-WM ist auch gewonnen für Red Bull, alles ist vorbei. Die einzige Sache, die noch da im Wettbewerb ist, ist der Verstappens Teamkollege Perez, der um den zweiten Platz kämpft mit Charles Leclerc von Ferrari. Die haben jetzt beide exakt die gleiche Punktzahl nach diesem Rennen. Und es war halt so, dass Perez ja über die gesamte Saison, auch letzte Saison, Verstappen ständig sehr geholfen hat. Man könnte argumentieren, dass er seine WM letztes Jahr, also einerseits hat er seine WM natürlich bekommen, weil betrogen wurde und ein 4 Scheife ihm einfach die Möglichkeit gegeben hat. Das klammern wir mal kurz aus. Aber er war überhaupt erst in der Situation wegen Perez, weil er in diesem letzten Rennen Hamilton so lange geschafft hat aufzuhalten, dass halt Verstappen überhaupt erst in diese Situation kam. Und das hat sich auch durch die Saison gezogen. Also ganz oft hat dann Perez ihn durchgelassen oder hat ihm sonst wie geholfen. War da wirklich ein sehr wichtiger Teamkollege. Jetzt war es so, dass Perez siebter und, nee, Perez war sechster und Verstappen war siebter. Die hatten beide einfach keine guten Rennen und waren halt so weit hinten. Auch Verstappen hatte wieder einen Unfall mit Hamilton und hat dann auch eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Nicht mit Ruhm bekleckert in diesem Rennen der Verstappen. Er war dann vor Perez, er war hinter Perez und war aber schneller als Perez. Und was sie gesagt haben ist, Perez lasst Verstappen vorbei, er versucht die Fahrer vor euch einzufangen und zu überholen. Wenn er das nicht schafft, lässt er dich am Ende wieder vorbei. Rate, was passiert ist, Verstappen hat ihn nicht vorbeigelassen, hat sich einfach geweigert und auf einer, also es ging halt um den Platz sechs und sieben. Der ist bereits Weltmeister. Ihr seid bereits Konstrukteur. Es geht einfach nur, dass Perez halt den zweiten Platz behalten kann. Ja. Und dann wurde gesagt, lass ihn vorbei und Verstappen hat halt dann geantwortet, ich werde das nicht machen, ich habe euch bereits im Sommer, ich habe verstanden, dass er Sommer gesagt hat, oder ich habe euch bereits erklärt, dass ich es nicht tun werde, ich habe euch meine Gründe offenbart, fragt nicht nochmal, ist das klar? Damn. Also wirklich auf eine Art und Weise, als ob er der Teamchef wäre. Ist that clear? Sagt er auf Englisch an dem Ding. Holy shit, das habe ich noch nie gehört, dass ein Fahrer, also Alonso redet genauso mit seinen Fahrern, aber das war schon crazy. Und Perez hinter ihm hat nur gesagt so, aha, aha, okay, yeah, this shows who he really is, so hat er am Boxenfunk gesagt. Und es gibt so ein bisschen die, es gibt halt die Spekulation, dass es an einem, Monaco-Rennen dieses Jahres lag, weil da war, da hat Perez sich, glaube ich, auf den dritten Platz oder sowas qualifiziert, halt vor Verstappen und hat dann einen Unfall gebaut und dadurch wurde dann die Qualifikation beendet, weil es nur noch zwei Minuten war und er hat da so einen Unfall gebaut und konnte nicht weiterfahren. Und es gibt die Spekulation, dass Verstappen glaubt oder Perez sogar zugegeben habe, dass das Absicht war, um Verstappen hinter sich zu halten. Fragezeichen, das ist pure Spekulation und es ist halt trotzdem so, also man kann nicht ignorieren, dass er wirklich extrem geholfen hat in den letzten Jahren, Verstappen. Und da, also es ist, die Kommentarsektionen sind gerade on fire, weil Perez halt auch so ein Fanliebling ist, weil er einfach so lange darauf gewartet hat, diese Chance und weil das so ein arroganter Funkspruch zumindest war und danach, da gab es dann direkt irgendwie ein Meeting und Perez war recht deutlich, also Perez hat auch so gesagt, so, ja, ich bin sehr enttäuscht, er hat wegen mir die WM geschafft zu gewinnen und das ist sehr enttäuschend und alle anderen sagen exakt das Gleiche, weißt du, die haben sich auf irgendwas geeinigt, was dann gesagt wurde, ja, wir sind von jetzt an komplett darauf fokussiert, im letzten Rennen, ist nur ein Rennen, Perez den zweiten Platz zu sichern. Und dann sagt die Interviewerin zu Verstappen, ja, aber hast du ja nicht, oder nee, die sagte das zu Christian Horn, dem Teamchef, ja, aber Verstappen hat ja das literally nicht gemacht gerade. Ja, wir sind jetzt ganz darauf fokussiert, dass er das erreicht. Kein Kommentar. Ja, aber wieso ist das denn nicht passiert? Ja, wir sind jetzt wirklich sehr darauf fokussiert. Also es ist, äh, es ist krass, dass das, das war eine reine Prinzipiensache. Es ging um den sechsten, siebten Platz und er hatte da irgendwie, er hat sich da unrecht behandelt gefühlt und da ignoriert er dann auch scheinbar sehr gerne all das, was positiv für ihn gemacht wurde und da sagt er dann, ich werde das nicht machen, ist das klar? Habt ihr mich verstanden? War schon krass. Ein bisschen Drama auf der Strecke. War schon krass. Also Verstappen wirkte nie wie der Sympathischste aller Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde ihn jetzt auch nicht schlimmer, er wirkte jetzt nicht wie ein großer Sympathieträger auch aus der Familie, aus der Erde kommt. Es gibt ja die ganzen Geschichten mit seinem Vater, mit der er auch sehr close ist. Ähm, und das, äh, ist ein Bild, was, was da durchaus gezeichnet wird von diesem Charakter. Also würdest du sagen, das Rennen hat sich dann insgesamt trotzdem gelohnt? Das Rennen war spannend. Also ich hab jetzt einfach, ich will jetzt nicht nach diesem Blank-Podcast noch zwei Stunden reden und wenn ich dann wähle, nehme ich lieber diese Drama-Geschichten. Das Sprintrennen war super und das eigentliche Rennen war auch spannend. Also es war, das war ein toller, Brasilien ist eigentlich immer super. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Rennen in Abu Dhabi. Also die stört dann auch nicht, dass die Ergebnisse jetzt nicht so, dass man da nicht mehr so viel dran rütteln kann, sondern nur noch an dem. Nee, Verstappen hat ja im Grunde schon ab der Hälfte der Saison das Ding gewonnen. Und dann freue ich mich halt daran, dass George Russell da weint, weil er seinen ersten Sieg hat. Das ist doch super. Und Magnussen hat seine erste Pole-Position gewonnen. Die haben sich alle gefreut. Das kann ich da voll wertschätzen. Und das ist ja, das ist ja eigentlich auch die Regel bei der Formel 1, dass dann die letzten zwei, drei Rennen wahrscheinlich die Entscheidungen schon gefallen sind. Nicht immer so, ne? Es gab auch mehrere Saisons, über die ich berichtet habe hier, erzählt habe, wo das sehr viel spannender war. Aber das ist Teil des Sports. Das ist komplett fein für mich. Okay. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Robins vom Mosen-Formel-1-Fest. Tschüss, Mick. Und damit, tschüss, damit auch das Ende von diesem Podcast. Wir würden uns sehr freuen über Bewertungen auf iTunes, Spotify, YouTube und Co. Und natürlich auch über eure Unterstützung auf patrin.com std.de std.de Wie gesagt, für 10 Euro SupporterInnen gibt es gerade den Prompt für die nächsten Fragen, für die nächsten Feedback-Podcast. Da kommt ihr garantiert ran. Unbedingt mal vorbeischauen und eventuell Fragen einschicken. Für 5 Euro bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt zum Beispiel den Hooked on Topic-Podcast zu Monkey Island, wo Robin die ganze Reihe nachgeholt hat und wir dann auch noch mal so ungefähr in der Länge von diesem Podcast hier, ein bisschen länger sogar, über Monkey Island geredet haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch dort anhören. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und ihr werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Chipsa Christian Dalchow Contados Crushed82 DonathanStyles aka DonStylo Dobsy Ejenias Erdnuss Firo Fure96 Gunnar Hildebrandt Hauke Braav I was the one inside the locker that time. We're equal now, huh? Jan Lippert Jean-Marcel Johannes K Kumi Lennart Struck Leader the Confused Polyamorist Mark Lammers Matze McLovin008 Michael MichaelNoreZwolf Mori Mudkip Oldsport Oliver Zirfas PastaPalastSeenudel PokeSpidey Ralle Rick O Simon Dobichai TheNerdosMaximus TimeTravelingMickey EP286 Tommy88088 VerschlafenerHoney Zavex und Laskar Zombay und Wintercracker Der Weiße Vielen Dank an alle Podcast-Produzent Vielen, vielen Dank Damit sind wir durch mit diesem Podcast, Robin Nächste Woche dann Oder vielleicht auch übernächste Woche Weiß ich jetzt nicht ganz so genau Ich schätze mal, wir reden erst über God of War noch mal Wenn wir auch wirklich durch sind Ich glaube jetzt so Also ich glaube ich werde Etappen-Updates muss es jetzt nicht noch mal geben Ich glaube ich werde es wahrscheinlich durchspielen nächste Woche Aber Ich weiß halt nicht hundert Prozent Ob ich das schaffe Ich bin mir auch gar nicht sicher Es kann sein, dass ich es abbreche Ich weiß es noch nicht genau Komm noch an, wie viele andere Spiele Auf jeden Fall halt Ein Fazit werden wir noch mal nachreichen Denke ich zumindest Dass wir das tun werden Vielleicht auch für Sonic Frontiers Wer weiß Das spiel ich durch Das spielst du durch? Ja, würde ich schon sagen Ich weiß gar nicht, wie lange das sein soll Keine Ahnung Ich glaube es hat vier Ich bin auf der zweiten Schon ein bisschen Also ich habe sie ja lieb Schon ein Jahr gespielt Ja, ja Nun gut Dann soll es das gewesen sein Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute Wir hören uns dann beim nächsten Mal Ich habe übrigens auch gerade gesehen Pentiment hat einen Schnitt von 87 Ja Open Critic Äh, da freue ich mich drüber Äh, ich hoffe dieses Spiel hat Erfolg Und, äh, spielt Pentiment GodofWarspiel.de Da müssen, da ist unser Urteil Ist eigentlich vollkommen egal Was das anbelangt Spielt Bayern netter Äh, spielt Bayern netter Siehst du Und Sonic Frontiers Spielt Sonic Fragezeichen? Hol doch Spielt Sonic 60 Euro für Sonic Frontiers Spielt Sonic Viel Geld Schon viel Geld für Sonic Frontiers Muss ich sagen Äh, nun gut Äh, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss